Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 219. Heute sprechen wir über Dream-Matches und wir baten fort natürlich eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, wie immer, und bei mir da ist der gute Kai, wie immer. Schönen guten Tag. Hallo, Ausgabe 219, das ist so, als würdest du beim 619 bei der 64 abziehen. Hallo. Wow, hast du dir das heute den ganzen Tag überlegt? Nee, aber ich wollte es jetzt einfach nochmal erklären, weil ich weiß ja, du und Rechnung ist halt immer so schwierig. Ich und Rechnungen auch, ja. Kleiner Insider zum Vorgespräch. Nein, aber ansonsten, wir sprechen heute über Dream-Matches, also wirklich über die großen Konfrontationen, die es im Wrestling gegeben hat, die es vielleicht geben wird und diese, die es vielleicht auch niemals geben wird. Das ist ja auch immer so eine schöne Frage. Und wir haben ja letztes Mal schon so Punkte gehabt wie Sting gegen den Undertaker, über solche Sachen wollen wir dann heute mal sprechen. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, weil heute beantworten wir natürlich auch wieder eure Fragen, schickt ihr die an fragen.headlock.de, ihr wisst Twitter, YouTube, Instagram, einfach unter dem Beitrag. Irgendwie erreicht ihr uns da garantiert. Ganz neu ist natürlich, dass ihr Merchandise von uns kaufen könnt, also bei den Kollegen von SL Wrestling, slwrestling.de, genauso wie von ganz vielen Wrestlern, Promotions und so weiter und so fort, könnt ihr da unsere Shirts und Hoodies und, was haben wir noch? Zipper und keine Ahnung was bestellen, die kommen dann frei Haus zu euch und ihr helft uns damit natürlich auch ein bisschen in der Portokasse, um es einfach mal so auszudrücken. Und wo wir bei Portokasse sind, natürlich gibt es auch noch Patreon und Steady, da sollten wir jetzt eigentlich ganz frisch und ganz aktuell auch NXT UK Takeover besprochen haben. Das war ja letzte Woche, Kai, wie hat dir der Event gefallen? Oh, den geilen Scheiß, ey, also das war wieder so ein typischer NXT-Fall, weil es ist auch so, dass ich jetzt sogar bei UK noch viel, viel weniger zum richtigen NXT die Weeklys gar nicht so verfolge, sondern ich lese hier mal was, ich lese da mal was. Aber die Takeovers gucke ich immer, weil ein Take, also doch, ein Takeover hat mich, glaube ich, bisher noch nie enttäuscht. Und das gleiche war auch jeder Fall. Also ich war in einem Großteil der Sturys nicht drin, aber nichtsdestotrotz, du hattest geiles Wrestling, du hattest emotionale Sachen, die Videopackages, vorher haben wieder die Sachen geil zusammengefasst. Einfach eine supergute Card mit einer unfassbar schönen, lauten, leicht stark betrunkenen UK Crowd. Ja, das hat man auch schon in den ersten Minuten des Events gemerkt, was, die sind einfach nur hingegangen, die wollten Party machen. Also das hat man selten bei einer WWE Crowd natürlich, aber das war richtig schön, die englische Crowd, wie man sie auch von Progress oder hier auch von WXW teilweise beim Karat oder bei der World Tag Team League, wie man die kennt. Und das war richtig geil. Also ich war auch begeistert und hört da gerne rein. Also das Lustige ist, wir nehmen diesen Podcast jetzt auf, bevor wir den anderen Podcast aufnehmen. Also ich hoffe, das ist alles am Start und mit einem kleinen bisschen Vorbehalt, aber es sollte eigentlich alles geklappt haben, gehe ich mal ganz fest von aus. Schaut da gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Ansonsten warten natürlich da auch noch mehr als 100 andere Podcasts. Match of the Week haben wir auch wieder am Start. Also jede Menge auf die Ohren für einen kleinen Obolus von eurer Seite. Ja Kai, da würde ich mal sagen, legen wir doch einfach mal los. Dreammanches ist heute so ein Thema. Das ist ja auch so, wir haben ja immer so Konzept-Podcasts immer wieder. Das klingt so ein bisschen, ja, kryptisch fast schon. Was sind denn für dich Dreammanches? Und Dreammanches sind ja Matches, wo du sagst, ich würde gerne mal Wrestler A gegen Wrestler B sehen. Und das kann ganz verschiedene Gründe haben. Du sagst zum Beispiel, die Stile sind ähnlich oder der ist da ein großer Star und der ist da ein großer Star. Und ich glaube, ganz häufig ist auch ein Dreammatch, das reizt auch so damit, dass du sagst, das kommt eigentlich gar nicht. Also die Chance, dass das zustande kommt, ist häufig auch sehr, sehr gering. Und deswegen ist es auch so wie dieses Dreambooking, wenn du auch so sagst, ach man, ich würde mal gerne irgendwie, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal irgendwie ein Bret Hart gegen einen Kenny Omega sehen. Das sind ja so Sachen, du weißt, das passiert nicht, weil die Zeiten sind verschieden oder sowas. Und so ähnlich hast du auch Sachen, du würdest gerne sagen, ich hätte mal gerne den Top-TNA-Guy und den Top-New-Japan-Guy in den WWE-Rings zusammen. Wie zum Beispiel bei Eiji Nakamura, das sind ja Sachen, wo du eigentlich sagst, dass das passiert, ist eine sehr, sehr geringe Chance. Aber das wäre ein Traummatch, weil ich weiß oder weil ich persönlich glaube oder auch ganz viele glauben, dabei wird was Unfassbares herauskommen. Ja, so ist es ja dann im Endeffekt auch. Also es geht bei Dreammatches natürlich immer darum, auch die Fantasie anzuregen. Du hast es gerade so ein bisschen Dreambooking genannt. Fantasybooking ist ja da auch was, was ganz viele Fans so gerne machen. Ich kriege das ja auch ganz oft mit, wenn wir dann Fragen von euch da draußen bekommen oder Mails, wo es dann steht, ja hier, stell dir mal vor, das und das und das. Und am Ende kämpft dann, keine Ahnung, wer gegen wen. Und ich weiß, dass ich das gerade früher auch total oft gemacht habe und auch dann mit Videospielen teilweise. Ich habe ja dann auch in so einer, also ich habe zum Beispiel auch früher in so einer, wie nennt man das denn, so eine Fantasy-League quasi mitgeschrieben, wo du dann halt so Roleplays schreiben musstest und dir irgendwelchen Blödsinn ausdenken musstest und dir dann überlegt hast, ja, wie kommen daraus Matches zustande und solche Sachen. Und ich glaube, Dreammatches sind irgendwie was, das geht viele Fans einfach was an, weil es die Fantasie anregt und weil man da am Spekulieren ist. Du hast gerade gesagt, manchmal, Dreammatches kommen ja aus verschiedenen Gründen oftmals auch nicht zustande. Du hast gerade den Faktor Zeit angesprochen. Also jemand aus den 90ern kann eben nicht auf jemanden aus der heutigen Zeit antreten. Aber trotzdem, wir ziehen ja auch immer wieder die Vergleiche. Wobei man immer noch sagen muss, um jetzt das mit anderen Sportarten zu vergleichen, du sagst ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beim Fußball sind, sagst du auch mal so ein Pelé, gern mal gegen den Messi sehen oder irgendwie, weiß ich nicht mal, Michael Jordan gegen LeBron James, um im Basketball zu bleiben. Du hast trotzdem noch im Wrestling den Vorteil, auch wenn du verschiedene Zeiten hast, dass der Sport ja, es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, wenn jemand zehn Jahre älter ist als ein anderer, kann er mit dem nicht mehr mithalten. Das stimmt. Weil es ist ja nicht so dieser sportliche Wettbewerb, wo du sagst, ein Jüngerer ist Grund überlegen, sondern dadurch, dass das Wrestling halt gescriptet ist, hast du trotzdem noch die Chance, dass du sagst, hier ist gerade ein 20-Jähriger, der könnte auch noch gegen einen 50-Jährigen antreten. Beispielsweise, das geht, ich sag mal, nur beim Wrestling. Das stimmt. Hat man ja auch schon so in der Art ja auch schon mal gehabt, wenn wir an solche Auseinandersetzungen wie zum Beispiel The Rock gegen Hulk Hogan denken. Ganz genau. Anfang 30 und Hogan war auch schon weit über die 50. Ganz genau. Also im echten Sport könntest du es halt nicht machen, weil du weißt, okay, der Junge gewinnt. Und hier hast du wirklich noch, dass du dadurch, dass Wrestling, wie gesagt, gescriptet ist, trotzdem eine geile Geschichte erzählen kannst. Du sagst, hier treffen gerade zwei Ähren aufeinander, zwei Ikonen ihrer Zeit. Und das ist ja auch so ein bisschen der sehr große Reiz bei dem Dream-Match. Ja, ich hab heute noch eine Mail bekommen vom Tobi Nato und der schreibt dann auch so, ja, gegen wen würdet ihr denn Shawn Michaels zum Beispiel bei WrestleMania antreten lassen? Und inzwischen ist es ja so, dass jeder Kampf zum Beispiel eines Shawn Michaels ist ja irgendwie ein Dream-Match, oder? Also jetzt mal vielleicht, abgesehen davon, nochmal gegen den Undertaker, das muss ich jetzt auch nicht sehen. Aber ich glaub, jeder Kampf von Shawn Michaels gegen einen Wrestler der aktuellen Generation, sei es jetzt gegen AJ Styles, von mir ist es auch gegen Daniel Bryan, also jeder, der irgendwie dieser technischen Warte da ist. Ich glaub, alles ist irgendwie ein Dream-Match, was man da mittlerweile machen kann. Und dieses Rumspinnen und dieses sich ja reindenken in die Wrestling-Materie, was könnte dabei rauskommen, warum könnten die beiden gut miteinander funktionieren und was könnte man darum für eine Geschichte aufdröseln? Das ist natürlich, glaub ich, auch das, was uns alle einfach als Fans und als Wrestling-Begeisterte so an Dream-Matches so reizt. Du hast gerade AJ Styles gegen Nakamura angesprochen. Da ist das ja auch, wie ich find, eigentlich so massiv von WWE vermarktet worden fast schon, dieser Begriff Dream-Match. Hat dich das ein bisschen gestört? Also hat das bei dir dann auch vielleicht so Erwartungen geschürt, die es eigentlich nicht halten konnte? Ja, das ist das Problem. Also im Endeffekt, ich sag mal, Fans machen sich ja selbst immer große Erwartungen. Sehr, sehr große Erwartungen, die auch teilweise nicht gehalten werden können. Das Problem ist natürlich, wenn dir dann wirklich das Unternehmen, also die Firma dann sagt, wir haben hier ein Dream-Match. Und ich glaub, das wurde noch nie so aktiv beworben, wie in diesem Fall, wo immer gesagt wird, das ist das Dream-Match, das und das und das und das. Wenn er so drauf gepocht wird, dann ist die Chance zu verlieren relativ hoch, meiner Meinung nach. Ja. Und besonders, weil du hattest ja eigentlich schon mal ein Dream-Match zwischen, also du hattest schon mal ein Five-Star-Match zwischen den beiden. Also du hattest schon was richtig, richtig Gutes. Und jetzt wirst du eigentlich das Gleiche nochmal in dem WWE-Ring sehen, was es ja auch irgendwie zum Dream-Match gemacht hat. Weil Aufeinandertreffen zwischen den beiden hattest du ja bei Wrestle Kingdom. Und du wolltest ja eigentlich nur das Gleiche nochmal sehen, aber bei WrestleMania. Und das Problem war irgendwie, sobald du damit so inflationär um dich wirfst und sagst so, das ist ein Dream-Match und unser Dream-Match und hier ist nochmal ein Dream-Match, dann ist es irgendwie so, dann ist nichts mehr Besonderes. Also das muss natürlich wachsen. Also klar, es gibt Sachen, die sind einfach so grundgegeben. Ich sag mal jetzt gerade diese Sache Daniel Bryan, Shawn Michaels. Da kannst du sagen, hier Schüler gegen Lehrer, bla bla bla. Klar, ist ein Dream-Match, auch gerade so, was beide erreicht haben. Aber wenn du so verbissen darauf bist und sagst, das hier ist unser Dream-Match. Also das wurde ja schon mehr beworben, als es die Fans überhaupt als Dream-Match gesehen haben, zu einem gewissen Punkt. Ja. Dann wird es schwierig. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du ein Dream-Match zwar, ja, selbst an den Start bringen kannst. Aber ich glaube, du darfst es nicht als solches irgendwie überkategorisieren in einer gewissen Art und Weise. Weil ich glaube, solche Geschichten, wie gesagt, es geht um Emotionen hier. Es geht bei Dream-Matches ja ganz massiv um die Atmosphäre und auch um das Drumherum und um das, was sich die Fans auch in den Köpfen ausmalen. Und zum Beispiel Hulk Hogan gegen The Rock damals. Ich glaube, das hat man ja so als Battle of the Legends und For the Ages und so beschrieben. Aber ich glaube, wenn man das vorher als Dream-Match oder so beschrieben hätte, hätte das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das dem Match gut getan hätte. Sagen wir es einfach mal so. Weil man sich dann vielleicht auch was anderes, wrestlerisches, was anderes drunter erwartet hat. So war das aber so, dass die Leute da massiv Bock drauf hatten. Ja. Das Komische dabei ist doch irgendwie, das ist so eine ganz, ganz komisch verkopfte Sache. Also, weil ich sag mal, wenn du jetzt etwas nennst, zum Beispiel um bei Cena und The Rock irgendwie mal dahin zu gucken, wenn du es Once in a Lifetime nennst, das stört ja auch Erwartungen. Und da wurde ja auch mit Once in a Lifetime um sich geschmissen, bis es dann Twice in a Lifetime gab. Aber, also, da stört ja auch irgendwie Erwartungen, aber in Once in a Lifetime nimmst du im Kopf anders auf, also zumindest jetzt ganz subjektiv, ich glaube aber bei dir ist es vielleicht auch so, dass du das anders aufnimmst als den Begriff Dream-Match. Ja. Also, weil das einfach so, ist einfach nur ein anderer Marketingbegriff, der aber im Kopf was anderes auslöst. Ja, ich glaube auch, dass sowas wie Once in a Lifetime, Battle of the Legends oder was auch immer, das kann ein Dream-Match sein, aber nicht umgekehrt. Weißt du, so in dieser Richtung. Ich glaube, das macht das dann eben, ein Dream-Match noch ganz besonders und am besten sollte man zum Beispiel Matches, die noch stattfinden, gar nicht unbedingt als Dream-Match bezeichnen. Weil, ich glaube, da kann man in neun von zehn Fällen nur verlieren, um es mal so auszudrücken. Zumindest nicht offiziell als Unternehmen, was dieses Match, also was dieses Match vermarkten will, ne? Ja, ja, eben, genau das. Ich glaube, das ist, klar ist das irgendwie ein geiler Slogan, wenn du das irgendwo drüber packen kannst, ne? Aber natürlich sind dadurch auch die Erwartungen sowas von extrem hoch. Und man sieht ja auch so ein, so ein Aufeinandertreffen, wie gesagt, wie, äh, ich würde auch zum Beispiel Hogan gegen den Warrior, ist ja eigentlich auch sowas wie ein Dream-Match damals als Fan, zumindest für mich gewesen, bei WrestleMania 6, weil man damals ja ganz, ganz selten nur diese Face-Face-Matches gehabt hat. Zum Beispiel, was mir jetzt heute aufgefallen ist, ich glaube, ich habe jetzt nie 100% bewusst einen Match zwischen dem Macho-Man und Bret Hart gesehen. Ich bin mir relativ sicher, dass es das mal irgendwie gegeben hat, irgendwo in irgendwelchen Nitro-Sendungen oder so, gab es das garantiert, aber man hat das nie so offensiv irgendwie gemacht, ne? Aber, äh, das erste Match von Hogan gegen den Warrior, das war für mich ein Dream-Match, einfach, hat man ja auch damals beworben mit den, mit diesen Sternenbildern, die aufeinandertreffen und so weiter und so fort. Und als es dann aber das zweite Mal dieses Dream-Match geben sollte, bei der WCW, auch keine gute Idee. Und ich glaube, dass du manche Dinge einfach auch nicht reproduzieren kannst. Und Dream-Matches gehören eben auch für mich dazu. Die passieren, die passieren, ja, natürlich schon aus einem, aus dem Anlass heraus, dass eine Promotion einen Dream-Match veranstalten möchte. Aber was dann letztlich dabei herauskommt, da spielen dann noch viel, viel mehr Faktoren natürlich eine gewisse Rolle. Die Lust der Zuschauer, auch die, äh, ich glaube auch, dass natürlich die Wrestler da auch selber unter Druck stehen. Ich glaube, daran sind auch Styles und Akamura gescheitert, dass die einfach auch auf dieses geile Match, was die bei Wrestle Kingdom gehabt haben, was eben im perfekten Rahmen für den Stil gewesen ist, auf der größtmöglichen Bühne, für das, was es damals sein sollte und auch für die perfekte Bühne, das hat dann bei WrestleMania einfach nicht mehr hingehauen. Und dann war der Druck dann zu groß und ich fand die beiden wirken auch extrem verkrampft teilweise so, nach dem Motto, wir müssen jetzt hier was Besonderes machen, oder? Das Problem war aber auch, dass es wirklich kein sonderlich gutes Match war. Also es hat Spaß gemacht oder sowas, aber, ähm, irgendwie so Matches, wo du dann gar nicht mehr so drauf geguckt hast, also da kommen ja viele Faktoren zusammen. Das eine war, selbst wenn es ein besseres Match gewesen wäre, hätten trotzdem viele gesagt so, ja, so ein Dream-Match war es jetzt trotzdem nicht. Also erstmal natürlich diese Erwartung, dann, dass das Match aber zum einen wirklich nicht so gut war, wie man es sich generell erwartet. Also selbst wenn du mit normalen Erwartungen rangehst, hat dich das Match nicht vom Hocker gehauen, meiner Meinung nach. Und, ähm, wenn du dahin guckst, irgendwie dieses Last-Man-Standing-Match, was die beiden hatten, ich weiß gar nicht mehr wann, das war irgendwie zwei, drei Monate später, das fand ich sogar viel, viel besser als das Mania-Match. Ja, absolut. Da waren die Erwartungen nicht so hoch oder sowas. Und, ähm, was ja auch für Generation, also für wirklich eine ganz große Generation an Wrestling-Fans ein Dream-Match war, war auch immer AJ Styles gegen John Cena. Ja. Was du auch gesehen hast, als sie sich das erste Mal in den WWE-Ring gegeneinander standen. Wo es, glaube ich, zwei, drei, vier Minuten AJ Styles und Let's-Go-Cena-Chance gab. Was einfach so dieses, die einen Chant, die anderen, keiner wollte nachgeben. Und das Match von den beiden war ja unfassbar beim SummerSlam. Oder bei, wo auch immer das war. Ja, Rumble war das, oder? Nee. Das, beim Rumble war das, wo AJ den Titel verloren hat, wo Cena Champion wurde. Ich glaube, dieses erste 1 gegen 1, ich meine, es war bei SummerSlam. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall alle wissen, was gemeint war, weil das ein unfassbares Match war. Was irgendwie eine halbe Stunde geht. Und da wurde ja auch nur gesagt, hier, die beiden treffen aufeinander. Bums, wird krass, viel Spaß. Und hätten die jetzt in der Zeit gesagt, das Match, das wird unfassbar, das haut euch um. Hättest du auch gesagt, ja, hm, weiß ich nicht. Ja, also, ne, wie gesagt, Erwartungen schüren, äh, das ist immer was, was, was ganz gefährlich ist. Und du hast gerade auch so paar, so paar, äh, Stichpunkte angesprochen, was so ein Dream-Match ausmachen kann. Eine Zeit ist das eine. Auch Promotions wiederum ist natürlich was, was, äh, ein Match auszeichnen kann. Weil ich glaube, nichts ist für einen Wrestling-Fan auch interessanter, als zu sagen, Mann, ey, der, der Top-Guy von, der WWE gegen den Top-Guy von New Japan oder von, äh, weiß ich nicht was, demnächst dann von AEW oder von der WCW früher, weißt du, man hat sich immer so ausgemalt, Mann, einmal Steve Austin gegen Goldberg, wie wird das wohl aussehen? Einmal, weiß ich nicht, DDP gegen, von mir aus, Shawn Michaels oder sonst irgendwas. Er hat ja immer überlegt, so was, wie könnte das aussehen? Und daraus haben sich dann auch wiederum die, äh, die wildesten Fantasien irgendwie entwickelt, ne? Das, das, da gibt's verschiedene Ansätze, die man gehen kann, natürlich auch vom Stil her. Und ich meine, das ist ja heute eigentlich sogar noch größer geworden, dadurch, dass ganz viele Wrestling-Fans noch viel mehr sich im, äh, Indie-Bereich aufhalten. Dass du sagen, so, auch guck mal, den Besten von Evolve gegen den, den Besten von Progress gegen irgendwen aus der WWE, den Besten von der WXW gegen einen, den Besten von New Japan gegen einen. Also, du hast jetzt ja, den Besten von Ring of Honor gegen irgendjemanden. Du hattest ja immer so Sachen, du sagst, die haben da ihren World Champ, der ja auch heutzutage viel mehr auf dem Schirm ist als woanders, die dann auch meistens irgendwo weggesigned werden von der WWE. Ähm, und das sind ja Sachen, deswegen wird, glaub ich, heute, heutzutage noch viel mehr dieses Dream-Booking betrieben, weil wenn du wirklich ganz krass in dieser Wrestling-Bubble drin bist, dann kennst du ja so viele Wrestler wie keine Ahnung was. Also, dann, dann hast du da einen Roster, da einen Roster, da einen Roster und dann sagst ja nicht nur, ach, den Top-Guide, sondern vielleicht auch das beste Tag-Team von da gegen, das beste Tag-Team, die beste Frau von da gegen, die beste Frau oder sowas. Also, da gibt's so viele Möglichkeiten heutzutage, dir irgendwie deine Dream-Matche selber zusammenzubucken, wenn du, gerade noch, wenn du einfach auch großer Fan bist, wo du sagst, ach man, meine beiden Lieblings-Wrestler von da gegen meinen Lieblings-Wrestler von da, also, da sind ja der Kreativität heutzutage gar keine Grenzen mehr gesetzt. Ja, absolut. Äh, das Match von Cena gegen Styles war, glaub ich, bei Money in the Bank übrigens. Also, sie hatten noch eins beim SummerSlam, aber ich glaub, das erste war, glaub ich, bei Money in the Bank, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das kann sein. Gut. Äh, ja, Dream-Matches. Lass doch da vielleicht mal über so ein paar Matches, äh, sprechen, die uns da so einfallen. Ich hab's grad schon angesprochen, für mich ist eines der Dream-Matches, das haben wir auch schon im Match of the Week besprochen, äh, natürlich Hulk Hogan gegen The Rock, weil das so, das war wirklich so Vergangenheit und Gegenwart irgendwie gegeneinander, Wrestlemania 18, das war absolut legendär und hat vor allem auch da an dem Abend, ja, wirklich die Hütte abgerissen einfach. Das war wrestlerisch ein, sagen wir's mal vorsichtig, ein sehr durchwachsenes Match, äh, du hast es ja inzwischen auch gesehen, aber von der Stimmung her war das unbeschreiblich, oder? Ja, das ist die Sache, ne, also, ähm, gerade davon leben ja auch diese, ich sag mal diese wirklich WrestleMania-Dream-Matches, wo du sagst, wir treffen grad zwei so große aufeinander, dass es ganz egal, wie gut die wrestlen oder sowas, sondern ich will einfach nur sehen, wie die Charaktere aufeinander treffen. Das ist so ein bisschen so dieser, äh, Avengers-Effekt oder so. Die sind so, ja, ich find Iron Man cool, ich find aber auch Spider-Man, also Spider-Man ist nicht als Avenger, aber ich find Iron Man cool, oder ich find Hulk oder Captain America cool, und wenn die jetzt mal zusammen irgendwas machen, oder auch dann im Wrestling, wenn diese Charaktere miteinander kämpfen, das, das, also, davon träumst du ja wirklich. Ja, ja, genau das, ne, und das ist ja wirklich dann, da hast du auch nicht mehr mit gerechnet, also, Monday Night War hast du nicht mehr damit gerechnet, du hast dann irgendwie auch nicht mehr damit gerechnet, dass Hulk Hogan jemals nochmal zu WWE kommen würde und dann auch noch wrestlen würde. Ähm, jetzt heutzutage hat man ja so ähnliche Spinnereien, sowas wie einen, äh, Hulk Hogan gegen einen John Cena oder so. Generell Hulk Hogan einfach dadurch, dass er eben wahrscheinlich der Name der Neustiger ist. Ich weiß, da gibt's noch viele andere, aber Hulk Hogan ist nun mal für ganz viele Wrestling und ist jemand, den ganz viele mit, äh, ja, den, das ist der bekannteste Name im Wrestling. Also selbst heute noch mit The Rock, ähm, ist, ist er einer von denen. Insofern, äh, gehört der immer mit dazu. Ja, und Hulk Hogan, der gehört da eben irgendwie dazu. Ist das bei dir eigentlich auch so? Ich meine, du bist ja schon so Wrestling-Fan, eine kleine Generation nach mir. Ist Hulk Hogan für dich auch so ein Name, der da irgendwie immer noch auftaucht? Ich sag mal, Hulk Hogan natürlich so aktiv irgendwie nie wahrgenommen oder sowas, ne, aber, ähm, also du musst ja in den Wrestling gucken oder irgendwie, gerade so in den, auch in den 2000er Jahren, der Name ist ja immer wieder aufgetaucht und auch in Video-Packages oder sowas. Und aller, aller, aller spätestens tauchten Hulk Hogan auf, wenn WrestleMania wieder gehypt wird. Und du dann diesen, äh, Powerslam. Oder Crown Jewel. Ja, oder Crown Jewel zum Beispiel. Und dann diesen, äh, Powerslam gegen, war's ein Powerslam? Doch schon, oder? Gegen Andre the Giant oder war, doch, war ein Powerslam. Body Slam. War ein Body Slam. Was auch immer. Also wenn du dann den Slam, haha, ähm, gegen, äh, Andre the Giant siehst, der hat halt schon Sachen geprägt natürlich, ne, und der war ja so einer der ersten, aller, 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 allergrößten Stars. Diese, das war ja wirklich noch ein Charakter, was du heutzutage gar nicht mehr hast. Dieser wirklich extrem larger than life. Das war, also, das war ein Superheld, ne. Und dadurch natürlich, der hat dann auch, ähm, das Wrestling geprägt. Also auch die, die WWF war's dann, glaub ich. Oder WWF? Nein, das war die WWF, oder? Da war's dann schon die WWF, ja. Der hat's halt geprägt und natürlich ist es deswegen auch ein Name, den heutzutage noch jeder kennt. Also, so, das, das ist ja immer so dieses Ding. Es gibt ja nur eine Handvoll Wrestler, die es schaffen, dass ihr Name noch über die ganzen Wrestling hinaus bekannt ist. Da ist halt ein The Rock, ein Hulk Hogan, ein Cena, ähm, weiß ich nicht, vielleicht dann noch. Undertaker gehört auch noch. Genau, Undertaker, genau. Der, aber, also du, du hast halt wie gesagt nicht so viele natürlich. Und, ähm, deswegen kann ich's natürlich auch verstehen, wenn dann Leute sagen, Mann, ein Hulk Hogan gegen Cena, das ist irgendwo ein Dreammatch. Aus dem gleichen Grund ist ja auch ein The Rock gegen John Cena ein Dreammatch gewesen. Ja. Nur irgendwie, also The Rock ist dann so, dass, das Glied zwischen Hogan und Cena, also so diese Ära dazwischen. Und natürlich würd's auch gerne sagen, ja, aber was ist denn, wenn ganz, ganz früher auf PG-Era trifft? Ja, 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 natürlich. Also, wenn jetzt auch mal, auch so Leute, die hat, man, Hulk Hogan hat eine relativ lange Karriere natürlich gehabt, ne? Guck mal, The Rock eigentlich auch eher eine relativ kurze Karriere. Und wenn wir da bei großen Namen sind, Steve Austin, muss man natürlich da auch irgendwo nennen, ne? Und der ist ja jemand dadurch auch, dass er wirklich ja nur, wie viele Jahre war er da wirklich on top, bevor, bevor er aufgehört hat zu wrestlen? Fünf, sechs, sieben Jahre, so um den Dreh. War das sieben, war das 96, 97 bis 2-2, 2-3 oder sowas? Genau, 2-2, 2-3, genau. Also, WrestleMania 19, äh, letztes, letztes, äh, Match, wenn ich mir das nicht komplett, äh, verzählt hab. Und auch da, allein dadurch, äh, spinnt man natürlich rum, ne? Ich mein, ich weiß auch genau, wie wir damals, als, als die, ne, passend für dich hier wieder mal, äh, den Summer of Punk gehabt haben, was wir da alle rumgesponnen haben, wie geil wär denn's hier im Punk gegen Steve Austin, bitteschön, ne? Die beiden Nonplusultra-Rebellen gegeneinander und solche Sachen, ne? Und man zieht ja da automatisch diesen Vergleich. Ja, es gab doch sogar diese Interviews irgendwie, äh, im Rahmen von WWE 13 war's, glaub ich, ähm, wo es hier im Punk drauf war, wo es dann das Interview mit, äh, Steve Austin's hier im Punk gab, äh, von JR geführt. Also, da, da, da wurden ja auch so Sachen immer angeteast, ne? Und du warst so, ach, ey, wenn das jetzt passiert, das wär so heftig. Und auch einfach nur, wenn die beiden sich da im, im Ring stehen und einfach nur Promos an den Kopf schmeißen. Also, davon hast du ja, ja, das klingt zwar wieder doof, aber davon hast du ja geträumt. Ja, ja, absolut. Wer ist denn da bei dir so in dieser Dream-Match-Richtung eigentlich? Also, wenn du jetzt an, an deine, ich kann sagen, an deine frühe Wrestling-Zeit denkst, äh, ist das da ein CM Punk? Ist das da ein Shawn Michaels, den du immer so in deinem Kopf in Dream-Matches steckst? Also, bei mir war wirklich jetzt auch durch diese natürlich ganz, ganz große Fansache auch Matches, die es dann irgendwie gab, aber das ist so ein bisschen, wie du gesagt hast, wenn du, es gibt zwar vielleicht Matches, die hast du mal gesehen, die waren dann irgendwo bei, bei SmackDown oder sowas, aber du wolltest die halt einmal in richtig sehen. Und ich weiß, äh, das fühl mich, also damals, so als ich natürlich so ganz krass in dieser Kiddy-Fan-Phase war, ich wollte immer ein großes Match zwischen Real Mysterio und Jeff Hardy haben, um irgendwie Fan zu sein. Und, ähm, was dann auch für mich irgendwie mal ein Dream-Match war, weil ich es auch in der Art und Weise irgendwie nicht erlebt habe, also weil auch, da gehört dann, wie gesagt, diese Emotionalität dazu, war für mich auch dann immer das Match, ähm, zwischen Shawn Michaels und Undertaker, dieses Retirement-Match. Das war für mich auch immer ein Dream-Match, weil ich weiß noch, ähm, wie wir sogar dann damals irgendwie bei, oh, WWE 2007 oder 8 oder 6 sogar, weiß ich gar nicht mehr, auch immer so selber, wir haben selber so einen WWE-Universe-Mode gespielt, ne, und dann, den gab's halt nicht, da haben wir einfach so Zettel gemacht und gezogen und dann selber Turniere kreiert, und dann haben wir immer gesagt, so, oh, Shawn Michaels und Undertaker, und du hattest ja Matches zwischen den beiden. Aber irgendwie nicht in dieser Art und Weise, und ich weiß noch, wie wir dann damals irgendwie, Kollege hatte Geburtstag, als WrestleMania war, das war irgendwie Ende März, und wir waren beide, keine Ahnung, wann waren wir 13, 14 oder sowas, ich glaub, das war doch WrestleMania 2-9, ne, mit dem Retirement-Match, oder? Wenn ich mich nicht teure, irgendwie sowas, also 2009, und, ähm, wir saßen dann davor und, also, ich, ich war selten so gebannt, ne, also, das war irgendwie super spät und alles, wir haben das dann geguckt auf irgendwie so einem Livestream, auf so einem Super-Mini-Fenster natürlich, ne, Network, weit, weit weg, ähm, also das, das hatte ich halt so emotional so irgendwie gehypt, dass du gesagt hast, okay, das will ich unbedingt sehen, und du hast immer so drüber nachgedacht, oh Mann, den hätt ich gern da und da, und dann ist es irgendwie passiert, und dann jetzt irgendwie heutzutage sind so Dream-Matches, also ich, wenn ich so Fantasy-Booking betreibe, mach ich gern so Sachen, wo ich sage, das ist noch halbwegs realistisch, also zum Beispiel, ähm, ich würde halt super gern einen Rawlins gegen AJ Styles in einem großen Match sehen, nicht nur irgendwie in so einer Weekly, sondern das Problem ist ja auch einfach, dass heutzutage viele Dream-Matches so verballert werden, sag ich jetzt mal, wir hatten jetzt ja auch eigentlich schon AJ gegen Daniel Bryan, das ist trotzdem für mich noch ein Dream-Match, also, weil, also ich, du gibst, es gibt ja Matches, wo du sagst, okay, ich hab's gesehen, aber ich weiß, die haben nicht alles gegeben, und dann ist das vielleicht für mich nicht, ja, doch die Bühne hat da nicht gepasst und so, und die Geschichte dann auch nicht, und dann ist es für mich auch nicht abgehakt, deswegen sind das auch immer noch Sachen, wo ich sage, das ist für mich trotzdem noch ein Dream-Match, ja, und natürlich auch alles mit CM Punk, ne, um das mal kurz abzukürzen, ja, alles mit CM Punk, kann ich vollkommen verstehen, also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin dann auch eher jemand, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was würde ich gerne sehen wollen, ähm, dann, dann sind's bei mir echt auch so diese, diese Inter-Promotional-Matches, die es dann eben nicht gegeben hat, also, ich fände's, also, AJ Styles gegen Kenny Omega ist für mich ein, ein Ding, also, wie geil müsste das werden, generell, so, so, jeder talentierte, äh, WWE-Performer gegen Kenny Omega, Aber guck mal, das ist auch eine Sache, oder? Ich glaub, AJ gegen Kenny gab's doch schon bei New Japan, werden, oder? Wenn ich mich irre, hatten die nicht sogar schon mal ein Match? Ja, glaub, ich glaub, ja, aber ich, das ist, glaub ich, auch wiederum ein Unterschied, weil natürlich die Leute entwickeln sich ja auch weiter. Ja, deswegen mein ich, also, du willst ja nochmal auch, also, was ich meinte, so dieses, es zählt halt nicht nur, dass sie miteinander kämpfen, sondern ich will's auch im richtigen Rahmen sehen. Ja, und natürlich auch auf der, eigentlich auf der absoluten Höhe ihrer Fähigkeiten, das kommt ja auch mit dazu, ja, also, ähm, gut, das war damals zum Beispiel bei, bei Hogan gegen, äh, gegen The Rock ist beispielsweise nicht der Fall, da hat man gemerkt, dass dann ein, äh, ein The Rock ihn da wirklich körperlich durchziehen musste und dass ein Hulk Hogan da auch echt nicht mehr besonders, äh, fit gewesen ist. Aber wo man das zum Beispiel ganz hervorragend gesehen hat, was für mich auch ein Dream-Match gewesen ist, und gerade jetzt aus heutiger Sicht ein absolutes Dream-Match war, äh, Kurt Angle gegen Shawn Michaels zum Beispiel, damals bei WrestleMania 21, was für ein fantastisches Match das damals gewesen ist, ne, und ich finde, das hab, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab das damals so gar nicht bewusst als Dream-Match wahrgenommen, aber so aus heutiger Sicht so, ja, doch, das ist auch ein Dream-Match gewesen, also, das fällt da für mich auch drunter, einfach, weil du diese zwei Stilrichtungen hast und wie groß ist denn die Chance, dass wirklich mal so ein, äh, olympischer Goldmedaillengewinner, so ein, so ein Superathlet wie ein Kurt Angle dann auch gegen einen der besten Performer, wenn nicht sogar den besten Performer aller Zeiten, Shawn Michaels, dass die zum gleichen Zeit auf der, auf dem Peak sind quasi, das hast du ja auch super selten, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und, und ein Match, das muss ich jetzt hier noch rausnehmen, wenn wir grad schon so bei, äh, Dream-Matches sind, die wirklich stattgefunden haben, aus heutiger Sicht, Samoa Joe gegen Kenta Kobashi ist bis heute eins meiner absoluten Lieblings-Matches und ist auch für mich ein absolutes Dream-Match. Natürlich war Kobashi damals schon nicht mehr 100% und hat, äh, schon viele Erkrankungen, Verletzungen hinter sich gehabt, aber das war trotzdem nochmal so ein Ding, das fällt auch für mich unter die, die Kategorie Dream-Matches. Was fern dir noch so ein, als, als wirklich Dream-Matches, die stattgefunden haben, wo du sagst, yes, die haben mich absolut abgeholt, die waren geil. Die stattgefunden haben, okay, also auf jeden Fall AJ's als King John Cena, was ich sogar zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich's haben wollte, also weil ich irgendwie auch auf diesen AJ-Zug sehr, sehr spät aufgesprungen bin, also ich hab ja viel von diesem Japan-Kram dann irgendwie nachgeholt. Ähm, also ein Dream-Match, was stattgefunden hat, was mich aber, also was ich, was ich gerne nochmal anders gesehen hätte, wäre, wir hatten ja auch Rawlins gegen CM Punk, aber, ähm, halt irgendwo bei Raw oder sowas, und das war halt ein Shield-Rawlins, ich würd' ja gerne nochmal den heutzutage Rawlins sehen irgendwie, das fand ich ganz geil, aber sonst, wenn ich's überlege, ich hatte halt nie so viele Dream-Matches, wo ich irgendwie sage, das würd' ich gern noch sehen. Die, die, die hab' ich jetzt eher so im Laufe der Zeit entwickelt, dadurch, dass ich jetzt auch, ähm, gerade auch durch Headlock nochmal viele andere Promotions kennengelernt habe, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Zum Beispiel, ähm, was für mich immer ein Dream-Match war, war ein, äh, Pete Dunn gegen Walter. Ja. Was ich dann irgendwie in Köln, also, das ist halt das Witzige, ne? Wir haben's in Köln gesehen vor 130 Leuten und wir standen wirklich direkt am Riedschen. und jetzt ist dann nochmal ein Match, was du auch bei NXT UK Takeover sehen willst. Oder sowas. Also, ich hab auch gesagt, stell mal vor jetzt einfach, wenn ich bei WrestleMania bin und dann wird der, äh, NXT UK Titel verteidigt bei NXT, beim normalen NXT Takeover und bin einfach da. Wär, wär ein Träumchen. Ja. Ja, also, es ist gar nicht, also, man merkt jetzt schon, wenn man so drüber nachdenkt, es ist gar nicht so leicht, so viele Dream-Matches zu nennen, die irgendwie wirklich dann auch funktioniert haben und die richtig, richtig geil gewesen sind. Oder auch wirklich erstmal stattgefunden haben, ne? Ja, eben. Zum Beispiel, was ja auch so ein Ding gewesen ist und das ist ganz ulkig, weil ich hab so ein bisschen natürlich Recherche vorher gemacht, ich kann mich auch nicht an alles erinnern und da gibt man natürlich so ein, ja, irgendwie mal bei Google Dream-Matches, Wrestling-Dream-Matches und zum Beispiel ein Match, was auf beiden Seiten, äh, gewesen ist, also, was nicht funktioniert hat und was funktioniert hat, ist, äh, Hulk Hogan gegen Ric Flair damals. Also, die haben ja dann später beim, beim Bash at the Beach, äh, äh, 94 haben sie ja gegeneinander gekämpft, als Hogan rübergekommen ist. Ich fand das Match damals furchtbar, sage ich ganz ehrlich, ich fand das absolut langweilig und, äh, dann auch in den Ric Flair, der ja eigentlich so der, der Hero damals doch immer gewesen ist, dann wirklich, ja, dann da auch noch die Niederlage einzustecken und dann auch so als cheesy Heel hat mir überhaupt nicht gefallen, aber, klar, das, das war als Match, war es in Ordnung, war aber, hat aber für mich nicht als Dream-Match funktioniert, weil ich Hulk Hogan damals immer, ich wollte diesen Kampf eigentlich bei, bei der WWF sehen damals und es gab ja im Vorfeld zu WrestleMania 8 diese Gerüchte, das ist das, das war ja eigentlich geplant, dann gab es ja da, äh, Diskussionen, wer sich hinlegt, wer sich nicht hinlegt und dann hat man ja gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen es ganz komplett anders und dann hatten wir Hogan gegen Sid Vicious oder Sid Justice gegen, und, äh, und Ric Flair gegen den Macho Man. Das ist so ein Ding, das wollte ich bei WWE sehen, aber als es dann zwei Jahre später, äh, bei, äh, bei der WWE kam, war das für mich total kalt, das waren immer auch zwei riesengroße Namen, aber hat, äh, für mich nicht mehr richtig funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, und das ist so ein Ding, dass, das, äh, fällt überall drunter und da können wir vielleicht dann auch mal über so ein paar Matches sprechen, die nicht, also die stattgefunden haben und die überhaupt nicht funktioniert haben, ne, das ist immer schwer beim Namen Hulk Hogan, ähm, Hulk Hogan gegen Shawn Michaels, ne, da muss ich direkt an Chris und David denken, die haben ja auch mal sehr lustig drüber gesprochen, damals beim Summerslam 2005, das ist so ein Match, was auch aufgrund von Backstage-Politik natürlich nicht funktioniert hat, oder aufgrund von großen Egos, ne? Ja, genau, genau, das meine ich ja, ne, und, äh, das hat auch nicht funktioniert, obwohl es auch zwei der größten Namen im Wrestling, äh, gewesen sind, ne, und ich finde auch so, eine Rock und Cena fällt da eben auch rein, weil du, wie du bereits gesagt hast, ne, das Once in a Lifetime war geil, also auch so von der Stimmung her, da hat man das Gefühl gehabt, so, wir sind, wir sind Teil der Geschichte hier und dann auf einmal, ach nee, wir machen es einfach nochmal. Ja, das war dann so ein bisschen wieder, ja, lass doch mal die Cash-Cow melken. Ja, und, und, und das hat dann dieses Dream-Match eigentlich auch komplett degradiert, oder? Ja, das war so ein bisschen das Problem dabei, weil dann hast du irgendwas ganz, ganz Besonderes aufgebaut und dann hast du es dann irgendwie direkt mit dem Arsch wieder umgerissen und das ist irgendwie so das Problem dabei. Was ich jetzt gerade ganz interessant finde, um jetzt mal irgendwie vorzugreifen, du hast hier stehen in der Liste, Dream-Match-T-Shirt gefunden haben, aber enttäuscht haben, ähm, Brock Lesnar gegen Goldberg bei WrestleMania 30. Nein, bei WrestleMania 20 steht da. Oh, okay, dann habe ich mich verlesen. Okay, weil, ja gut, das hat er wirklich enttäuscht, das war einfach eine Scheiße. Das werde ich eben auch nie vergessen, ne, ich habe ja auch schon erzählt, das war wirklich so ein Match, da hat man nicht genau gewusst, was erwartet einen da, aber man hat schon gedacht, ja komm, das war ein richtig cooler Aufbau der beiden, so, ähm, Interpromotional, ja auch damals mit Raw und Smackdown und es gab die Eingriffe und eigentlich war das, war das alles gemacht dafür, dass das ein richtig cooler Heavyweight-Clash hier wird und dann merkst du einfach als Zuschauer, okay, die haben beide gar keinen Bock und die haben beide nicht angriffspakt und ich habe selten zuvor eine derart feindliche Crowd erlebt, wie es da in New York der Fall gewesen ist. Ich habe ja da in der Halle gesessen und ich werde es nie vergessen, wo ich da mit einem Kuppel geschrieben habe, der irgendwie bei sich zu Hause vor dem Fernseher gesessen hat und er meinte so, ey, was ist das für ein bekackter Kampf und ich so, ey, das ist der geilste Kampf, den ich jemals gesehen habe, nicht was die da im Ring machen, sondern einfach, weil die Leute einfach so dermaßen abgehen. Wo war denn das eigentlich, Wrestlemania 20, wo war das? In New York, in Madison Square Garden. In Madison, uh, das ist ja geil. Ja. Cool. Also es war echt schon nett, ne, und dann, also es war wrestlerisch halt echt unter aller Sau, aber es war natürlich von der Stimmung her, aber du bist halt eben da auch reingegangen, hast gedacht so, komm, das wird jetzt irgendwas Besonderes werden. Es war auch was Besonderes, also es ist auf jeden Fall ein Match, was ich nicht vergessen werde, aber aber anders. Auf eine andere Art. Ja. Genau, da ist ein bisschen das Problem dabei. Ein Match, was mich, also ich muss sagen, dass viele Sachen sind jetzt ja natürlich auch gerade, so in dieser Liste Matches, die ich jetzt gefunden habe, aber enttäuscht haben, natürlich sehr nostalgisch angetatscht. Ja, klar. Deswegen betrifft mich davon vieles nicht, aber was ich, wo ich trotzdem den Hype extrem mitbekommen habe, war Sting gegen Triple H. Und ich weiß noch, als Sting auch irgendwie da debütiert ist bei der WWE, in diesem Server Series Match, das war schon unfassbar stark. Also, das war wirklich ein epischer Moment, bewusste Wortwahl, so mit dem, mit diesem, mit seinem Finisher und mit, wie der reingekommen ist und alles, dieser Baseballschule, also, das war einfach rundum ein so gut inszenierter Auftritt, ein so gut inszeniertes Debüt, wo du gesagt hast, okay, geil, das wollen wir sehen. Das Problem ist einfach nur, glaube ich, dass viele Leute gesagt haben, ich hätte halt gern Sting gegen den Undertaker. Weil das ist, das ist ja auch dieses, wo du sagst, zwei Topstars irgendwie aus, aus, aus ihren Promotions, die auch irgendwie, wo sich auch die Gimmicks, sag ich mal, ein bisschen überschneiden, ne? Das war ja auch irgendwie mal, weiß ich nicht, wenn man vier Augen zudrückt, der Reiz an einem Bray-White-King-Undertaker, den du da mal hattest. Und dann hast du Steaming Triple H bekommen. Was auch irgendwie hätte cool werden können, so dann einmal die, äh, NWO-Guys und die DX oder so. Aber da waren wirklich zwei alte Männer im Ring. Weißt du so? Ich sag mal, bei einem Rematch, das hast du häufig, oder kannst du häufig darauf bauen, oder solltest du darauf bauen, dass du eine Legende hast und einen, äh, jüngeren Wrestler, der den anderen irgendwie noch so durch das Match ziehen kann. Das Problem ist, da muss der Triple H irgendwie ein Sting durch das Match ziehen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es halt schon echt schwierig. Und deswegen fand ich das Match super lang, weil ich so zwar ein paar schöne Momente, aber das war echt, äh, wrestlerisch war das Not gegen Elend. Ja, man hat's ja auch so ein bisschen mit Drama und, 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 äh, NWO gegen die DX hat man's ja noch versucht so ein bisschen zu retten. Das war ja dann, am Ende war's ja so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, ganz böse, weil es war ja so ein bisschen Puppentheater dann gegen Ende. Also, äh, ne, da, wo dann, wo dann, äh, die NWO noch aufgetreten ist und, und so weiter. Und, ja, schwierig insgesamt, ne. Das ist aber generell auch diese ganze Geschichte, natürlich, wenn du nochmal so die Nostalgie aufleben lassen möchtest, dann ist das, ist das immer, äh, echt eine komplizierte Sache. Deswegen, es ist, es ist, auf dem Papier ist es eben dann Dream Match und dann in der, in der Praxis hat's dann eben nicht funktioniert. Genauso auch wie, wie zum Beispiel, wir sind schon wieder bei, bei, wir sind, da überschneiden sich natürlich ganz oft die Personalien einfach, weil du hast so viele große Namen, die dann wirklich in Dream Matches aufeinander getroffen sind, gibt's einfach nicht, ne. Und da fällt nun mal auch immer wieder der Name Hulk Hogan und ein anderer Name, der natürlich da auch immer wieder fällt, ist Sting. Natürlich war Sting Zeit seines Lebens ja eigentlich nur bei der WCW und bei TNA gewesen und sind da wirklich ja nur, ich weiß gar nicht, wie viele Matches hat er bei WWE bestritten? Vier? Drei? Zwei? Äh, ich komme jetzt gerade auf zwei. Einmal das WrestleMania-Match und das Match gegen Rollins. Ich weiß nicht, ob noch irgendwie ein Match bei Raw mal drin gewesen ist, aber ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall sehr, sehr wenige, sagen wir es einfach mal so. Und da war eben nicht viel Luft, um Dream Matches zu veranstalten, Und auf der einen Seite, also, wo ich mich damals dann auch drauf gefreut hab, war auf dieses Match zwischen Hulk Hogan und Sting. Natürlich Hulk Hogan, diese WWF-Legende und dann eben der, der Kopf hinter der NWO und dann eben Sting als der Rebell, dieser neue, dunkle Rächer für die WCW und auch da wieder Backstage-Politics, schade, WCW, Starcade 1997, grottenfurchtbares Match mit einem absolut desaströsen Ende und was das Ding danach eigentlich schlechter hat dastehen lassen, als es vorher der Fall gewesen ist. Und ganz persönlich für mich, ich hab noch eins auf meiner Liste hier, was mich wirklich in meiner, ja, würde man sagen, also in meiner tiefsten Wrestling-Ehre und in meinem tiefsten Wrestling-Herz damals getroffen hat und das war das Aufeinandertreffen zwischen Shawn Michaels und Mr. Perfect beim SummerSlam 93. Das war so Mr. Perfect, der, ja, wie soll man sagen, der IC-Champion überhaupt für mich auch bis heute noch gegen Shawn Michaels, der damals da auch noch nicht auf der Blüte seines Könnens gewesen ist und die beiden treffen aufeinander und dann hat man sich gedacht, so, das wird das Match vom SummerSlam 93 und das war ein richtiges, beschissenes Match. Shawn Michaels mit, keine Ahnung, wie viel Kilo zu viel und die beiden haben überhaupt nicht zusammen funktioniert. Die hatten beide keinen Bock aufeinander und das war ein richtig schlimmes Match und ich bin danach aus dem Kampf rausgegangen und hab mir gedacht, so, oh, warum? Ja, aber so richtig, ne, und es ist, es ist schwierig, es ist schwierig, solche Geschichten zu machen, gerade wenn du als Fan die Möglichkeit hast, so viel darüber nachzudenken und da fallen dann zum Beispiel auch so Sachen wie diese Kämpfe aus dem Invasion Angle damals, 2001, 2002, wo man sich immer vorgestellt hat, ja, was wäre denn, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn so Booker T auf The Rock treffen würde und dann so, das passiert und das ist Kacke. Was man auch noch dazu zählen könnte, obwohl ich es trotzdem irgendwie nicht so schlimm fand, wie viele andere aus dieser Liste, weil auch einfach die Gegebenheiten sehr, sehr, sehr unglücklich waren, ist das WrestleMania-Match von Seth Rollins gegen Triple H. Weil ich bin großer Fan von diesem Mentor gegen Schüler, dieses Schützling gegen den Typ, der dem irgendwie alles, in der Anfangsrichtung alles beigebracht hat und das hattest du da ja auch und dieser Aufbau der Fäde, wie dann Rollins bei Takeover aufgetaucht ist, wie dann Rollins auch irgendwie Stephanie McMahon, ich sag mal, bedroht hat und so, das waren unfassbar viele geile Sachen. Das Problem ist einfach, dass du dann irgendwie noch mittendrin diese Verletzung von Rollins hattest, der dann keine Ahnung mit was für Supermedikamenten irgendwie gepusht wurde, dass er bei WrestleMania kämpfen konnte, du hast aber einfach gemerkt, wie unsicher er war, der dann glaube ich sogar noch an dem Tag Fieber hatte, also, und da hast du wirklich gemerkt, man, das hätte halt so viel mehr sein können, aber war es leider nicht und es war ja nicht mal schlecht schlecht, sondern es war nur dieses, ja, es hat nicht die Erwartung erfüllt. Ja, eben, also man hat es ja auch damals dann immer so verglichen mit dem Match zwischen Daniel Bryan und Triple H bei WrestleMania 30 irgendwie, weil ja da die Vorzeichen ja nicht ganz so ähnlich waren, aber es war ja schon so ein bisschen daran angelehnt natürlich, das hat es aber alles nicht gehalten, weil da einfach auch die Umstände haben da einfach da komplett gegengespielt und ich weiß noch, da haben wir ja hier auch schon drüber gesprochen gehabt und wir haben da alle gesagt, oh, mal gucken, ob das was wird und wir sind irgendwie so, als man dann gedacht hat, ja, komm, das wird eigentlich ganz gut und dann haben wir doch einen Tritt zwischen die Beine bekommen, also das war jetzt kein Katastrophen-Match, aber da hat es eben dann nicht 100% funktioniert und genau das macht ja auch Dream-Matches aus, nämlich, dass die wirklich dann, da müssen an diesem einen Tag müssen da wirklich ganz viele Sterne zusammentreffen, das Publikum, die Akteure, das Drumherum, die Bühne und die Stimmung der Zuschauer, das muss alles funktionieren, damit auch wirklich aus einem Dream-Match ein Dream-Match werden kann, also das ist einfach so und gerade auch diese generationsübergreifenden Sachen, wenn du jemanden hast, der älter ist, gegen jemanden, der jünger ist, das ist immer kompliziert, aber es macht natürlich auch Spaß, weil ich habe jetzt gerade nochmal so drüber nachgedacht, wie man da noch alles gegeneinander setzen könnte, so aus Spaß, ne, ihr habt jetzt irgendwie einen jungen Ric Flair gegen, keine Ahnung, einen John Cena in seiner Blüte oder gegen einen, ich weiß nicht, gegen Blood Heart hatten wir natürlich, aber auch gegen jetzt aktuelle Leute, wie gegen einen AJ Styles oder gegen einen Daniel Bryan, ich meine, was könnten da für Matches draus kommen? Oder auch einen William Regal gegen einen Daniel Bryan, ich weiß, diesen Kampf gab's, aber wenn nicht so, genau, ne, ja, und das sind halt solche, solche Dinge, ähm, was sind denn noch so Dream-Matches, die du dir jetzt da konkret wünschen würdest? Also wenn du sagen könntest, hier, ich greife jetzt mal in einen großen Topf und überleg mal, wo ich nochmal Bock drauf hätte. Also ich darf auch Alter verdrehen und alles, wie ich möchte, oder was? Du darfst alles, du darfst deine Fantasie freien Lauf lassen, solange es über der Gürtlinie bleibt. Eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr gerne mal nochmal sehen würde, ist ein, ähm, Jeff Hardy in seiner Prime gegen den AJ Styles. Was mir auch, glaube ich, unfassbar viel Spaß machen würde, weil du siehst einfach einen Jeff Hardy an, der ist natürlich sehr, sehr alt geworden, der Style und sowas. Ähm, das, das finde ich echt schade. Ich würde auch gern einen, ähm, CM Punk gegen den AJ Styles sehen. Ich hätte auch gern nochmal diese, diese Punk-Rolland-Storyline. Also halt auch immer, ich gehe jetzt immer von, von dieser Prime aus, ne? Ja. Das würde ich super interessant finden. Aber auch, wenn du jetzt mal überlegst, ein, ähm, Demon Finn Balor gegen einen Undertaker. Das hätte, glaube ich, auch einen ganz, ganz großen Reiz. Gerade wenn du so sagst, so ein Undertaker mit einer ungebrochenen Streak und einen Finn Balor, der als Demon auch ungeschlagen ist, dann packst du irgendwie nochmal, keine Ahnung, vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Siege drauf bei einem Balor oder sowas. Das hätte ja auch irgendwie so ein, so ein Kaliber, wo du sagst, das packen wir auf die WrestleMania-Bühne und dann mal gucken, was passiert. Bin ich ganz bei dir. Ich fände auch, also generell dieses, äh, jeder Wrestler macht diese verschiedene Reinkarnationen in seiner Zeit durch, ne? Ich meine, das sehen wir jetzt beispielsweise bei einem Brock Lesnar ja ganz massiv. Wenn man sich den Brock Lesnar von seinem ersten Run anguckt, das ist ja ein ganz anderer, als das jetzt der Fall ist, ne? Ähm, ich fände auch, äh, nach wie vor interessant, einen, einen Batista zu seiner Prime, am besten zu dieser Heal-Phase, weißt du, mit, äh, mit Sonnenbrille und er stiehlt das Spotlight und so, den gegen den Brock Lesnar. Hätte ich super cool gefunden, glaube ich. Allein, weil die, die haben ja beide was und, äh, ich glaub, so ein Monster-Clash zwischen den beiden hätt ich auch richtig geil gefunden, oder? Kurt Angle gegen Brian? Ja. Bin ich komplett bei dir. Das ist auch, da, da, da hab ich feuchte Träume von, von sowas. Das ist, äh, das ist ja super geil. Auch so, auch so Tag-Teamer aufeinandertreffen. Wir sprechen jetzt nur über Einzelwrestlern. Es gibt ja auch noch sowas wie, also wenn man sich jetzt mal so ein, aktuell, so ein, so ein Team wie Revival dann auch, dann wirklich gegen diese alten Tag-Teams, gegen die British Bulldogs oder gegen die Brain Busters, was da möglich gewesen wäre, gegen die Heart Foundation. Ähm, und auch ein Kampf, den es zum Beispiel nie gegeben hat, sind, äh, Legion of Doom gegen, äh, gegen die Dudleys. Also, ich weiß, dass die Legion of Doom jetzt nie so richtig geil gewesen wäre, aber diese beiden Teams in so einem richtig schönen Brawl, warum denn nicht eigentlich? Also, ich find das schon interessant, ne? Und wenn, wenn ich halt eben da noch so ein bisschen meine, meine, äh, Fantasien da ausleben würde, ich würde unheimlich gerne mal einen Walter zum Beispiel gegen eine Kenta Kobashi sehen. Werden wir nie sehen, ähm, aber das wäre auch was gewesen. Ich hab die beiden, im Tag-Team-Match mal aufeinandertreffen sehen, das war damals Walter und Bad Bones gegen Go Shiozaki und Kenta Kobashi, ähm, in der Turbinhalle damals. Das war mega geil. Es hat durchs Dach geregnet, übrigens. Ach, Indie-Wrestling. war so richtig. Ähm, aber auch so Sachen, wenn du sagst, ich würde auch mal gern den, ähm, Bullet, also wirklich den Bullet Club gegen die wirklich vernünftige D-Generation X sehen. Also den, oder also mit Bullet Club hat man hier so wirklich diesen The Elite Bullet Club mit den Young Bucks und Omega und sowas. Also auch im Vorbild ist in so einem 4 gegen 4 oder in so einem Survivor Series Match oder so ein Kram. Du sagst wirklich, hier treffen die zwei großen Teams aufeinander. Ähm, woran ich auch sehr, sehr viel Spaß hätte, wäre ein The Shield gegen, äh, British Strong Style. Ja. Weil ich finde, dass, ähm, gerade Strong Style auch so viele verschiedene Arten wrestlen kann. Die können witzig sein, die können ernst sein, die können aggressiv sein, die können irgendwie, aber auch so, so schlaue, technische auch so Highflyer-Aktionen machen. Und das dann irgendwie gepaart mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem Shield-Auftritt, der ja so eine Einheit darstellt. Also das, das würde ich auch sehr, sehr geil finden. Ja, bin ich, äh, bin ich komplett bei dir. Na, das werden wir nicht mehr sehen oder wenn, dann fragt man sich auch, will man das überhaupt noch sehen? So, aber, äh, ja, aber man kann natürlich da einfach, einfach rumspinnen, ne? Und gerade auch, was jetzt in der aktuellen Indiz-Szene da einfach rumrennt, was da möglich, wäre, äh, dann auch gegen die etablierten Leute, ähm, das ist natürlich dann schon richtig cool. Ich hab, ich hab letztens noch diese, ich weiß gar nicht, was von der E3 gewesen ist oder so, diese Geschichte mit The New Day gegen, äh, The Elite, ähm, äh, wo die da gegeneinander, ich glaub, Street Fighter gespielt haben. Street, ja, ja, genau. Ne? Und dann am Ende Peperoni essen mussten und solche Sachen. Ähm, die in einem vernünftigen Match, also, äh, Stimmt, New Day gegen, äh, generell gegen, gegen The Elite, also gegen Young Max und Omega, das wäre fantastisch. Eben, also, das wird halt auch Spaß machen. Und dann natürlich auch so natürliche Gegenspieler wie das, irgendwie Adam Cole gegen AJ Styles, das, glaub ich, werden wir sehen, da bin ich mir relativ sicher und dann eben vernünftig aufgebaut. Also, also, das ist wiederum das Schöne eigentlich an der heutigen Zeit, dass wir dadurch, dass, äh, WWE sich soweit geöffnet hat, äh, dass da einfach jetzt auch vieles möglich geworden ist und dann auch, dass es dann auch die Möglichkeiten gibt, das auf großer Bühne zu sehen, Und dann natürlich auch, also, wir sind jetzt ja noch relativ, wie soll man sagen, gnädig, ne? Also, wir haben ja noch keine Triple Threat Matches, Leitermatches, Hardcore Matches oder sonst irgendwas hier irgendwie aus dem, Aber die, das brauchen ja auch viele Dream, also, Dream Matches leben ja auch eigentlich, also, die Stipulation ist ja in solchen Matches egal eigentlich, ne? Ja. Wenn du davon ausgehst. Also, ich würde es mal gerne sehen, sagen so, ja, also, wenn die beiden sich jetzt mal irgendwie umbringen würden, 30 Minuten, wäre auch ganz interessant. Aber da sagst du eher so, ich will die Charaktere sehen und gerade, wo du Nude erwähnt hast, ich würde auch einen, um mal jetzt diesen, vielleicht diesen Comedy-Aspekt zu nehmen, ich würde auch einen New Day gegen Strong Style super witzig finden. Ja. würde das irgendwie so, allein so ein Aufeinandertreffen von Big E und Trans7, jetzt also, wirklich so, I'm ready. Also, ich glaube, das wäre so unfassbar unterhaltsam, ne? Ja, aber ich glaube, wenn ich mir ein Dream Match wünschen dürfte, wäre das Shawn Michaels in deiner Prime gegen The Rock. Ich glaube, das ist auch noch was, was eine Menge Hintern in Sitze steckt, glaube ich. Also, ich glaube, das wäre, auch noch was, was richtig Spaß machen wird. Ist nicht ganz, ist absolut unmöglich, ist es nicht, aber ich glaube, es wird nicht mehr passieren, oder? Ne, also, sehr, 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 sehr unvahrscheinlich. Gut, ich habe es auch noch mal überlegt, findest du, dass das Match Daniel Bryan und CM Punk, das war ja, glaube ich, bei Over The Limit und es war auch nicht schlecht, aber da geht mehr, oder? Da geht mehr, ja, aber es gab es ja eben auch, es gab es ja auch mehrfach, glaube ich sogar, ne? Ja, aber es war so dieses, also, guck mal, wir hatten jetzt auch, wir hatten jetzt ja auch, als dann irgendwie AJ eingesprungen ist, hatten wir auch AJ Styles gegen Finn Balor. Ja. Aber wir hatten nicht das AJ Styles gegen Finn Balor, was ich sehen will. Ja, weil es keinen Aufbau gehabt hat, natürlich, ne? Genau, es war einfach so, und es war da und es hat keinen Aufbau und es war geil. Ja, und es war ja auch, war es nicht so, dass AJ Styles dann nicht irgendwie aus Singapur oder sonst irgendwo eingeflogen worden oder auf Tour gewesen ist? Ja, ganz genau. Irgendwie wieder zurück und hier und da, also, das war ja, das war ja irgendwie, wo dann auf einmal alle bei Raw krank waren, irgendwie Wyatt und Roman und sowas. Mann, allein deswegen haben wir es, dass der Abigail nicht bekommen, danke dafür. Ja, was ein Glück. Ne, klar, also da, da macht wie gesagt dann auch die, die Bühne ganz viel aus, aber es gibt da so viele, so viele Möglichkeiten. Ja, was mir immer noch gefehlt hat auch, nur um bei dieser Bühne zu bleiben, ich hab immer noch nicht das Shield-Triple-Thread-Match bekommen, was ich wollte. Also, weil wir hatten es dann ja, durch diesen Brand-Split hatten wir es dann irgendwo bei Backlash oder keine Ahnung was. Und das war auch so, Leute, also das ist kein Match für Backlash, nee. So, dann packst du direkt zu Capital Punishment. Ja, das war ja, wie gesagt, das war ja damals auch mit, als, wirklich dann im Vorfeld von Crown Jewel, als man dann gesagt hat, so, übrigens jetzt, äh, bei SmackDown, äh, AJ Styles gegen Daniel Bryan, alle so, oh ja, schönes Match, aber, Mensch, verschenkt das doch nicht. Dream-Matches sind eigentlich auch so eine Art, äh, Gelddruckmaschine natürlich, also damit kannst du Geld verdienen, aber manchmal ist WWE dann eben auch so ein bisschen, äh, Trigger-happy und haut die Dinge einfach vorher raus. Und das finde ich echt bitter, während bei ganz vielen kleineren Promotions, weißt du, die packen das dann vorne auf dem Plakat drauf und verkaufen damit Tickets. Also, du hast gerade hier Pete Dunning-Walter angesprochen, äh, letztes Jahr in, in Köln. Das waren übrigens mehr als 130 Zuschauer, der Laden war ja voll. Also, das war, ich kann's auch schlecht einschätzen. Also, da waren halt schon, mehr gehen da halt nicht rein in Clubbahn, ob er einfällt, aber ich meine, das waren schon 300 Leute, die dann da waren, also, äh, bei den, bei den Shotgun-Tapings. Na, und wie gesagt, äh, das, das ist was, womit du normalerweise Tickets verkaufen kannst. Aber Dream Matches sind auch schon was Tolles, oder? Ja, das, wie gesagt, das ist immer dieses Fantasy-Booking und wenn's dann irgendwie noch aufgeht und wenn's dann noch so ist, wirklich, wie du's haben willst, dann hast du ja, also, das ist ja das Gegenteil von diesem, ach Mann, ich, um jetzt mal bei der WWE zu bleiben, die WWE macht alles Scheiße, die hört ja nicht auf uns. Und ich meine, ähm, da hast du ja das Gegenteil davon. Und das Witzige ist ja auch gerade in der heutigen Zeit, wo du sagst, ach Mann, die Indies sind groß und es muss gar nicht mehr jeder in der WWE bleiben, wenn dann ein guter Wrestler die WWE verlässt, dann tut er erst mal ein Jahr durch die Indies und macht nur Dream Matches. Ich meine, guck dir jetzt ein, äh, Neville an. Ja. So, der kämpft jetzt mal gegen Will Ospreay im Februar. Da sagst du auch, ja, alles klar, das kann ich mir auch 17 Mal angucken und das ist, glaube ich, immer gut. Ja. Und das hattest du beim Cody Rolls auch, der dann auf einmal aufgetaucht und dachtest so, ah, Cody Rolls und Kenny Omega, so, was, das ist ja krank. Und das ist irgendwie das Geile dabei, dass dann Wrestler auch die WWE heutzutage verlassen können und dann, die wissen ja selber so, okay, den und den will ich haben und ich glaube, es war doch sogar Cody Rolls, der dann irgendwie am Anfang so eine Liste irgendwie getwittert hat, mit Namen gesagt hat, gegen die will ich kämpfen. Und wenn du jetzt wirklich großer Fan bist, auch so was Indies angeht, hast du gesagt, okay, Dream Match, Dream Match, Dream Match, ist okay, Dream Match, Dream Match, schaue ich mir an, Dream Match. Und von daher ist es auch natürlich eine Sache, die natürlich auch sehr reizt, dass du nicht mal zwingend an die WWE gebunden bist, sondern dass es auch heutzutage Promotions solche Matches produzieren können und das sehen dann irgendwie nicht nur die 300 Leute, die im Club Bahnhof Ehrenfeld stehen, sondern das kann man dann auch schauen, vielleicht sogar auf YouTube oder bei WXW Now oder bei Progress On Demand oder New Japan On Demand und keine Ahnung was. Wenn du suchst, kannst du auch sehr, sehr viele Dream Matches finden, wo du sagst so, ach was, das gab es schon mal. Auch da, was ich ja zum Beispiel mal gesehen habe, was damals ein absolutes Dream Match für mich gewesen ist, war Jushin Thunder Liger gegen Tommy End, also gegen Alistair Black. So. Und das war da noch nicht mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Main Event gewesen ist oder so, aber das war damals für mich ein Dream Match, weil halt eben Jushin Thunder Liger, eine absolute Legende aus Japan gegen eben einen, ja, einen damals noch aufstrebenden Alistair Black oder was ich auch gesehen habe, Hiroshi Tani Hashi gegen Absolut Andy. So. Haha, geil. und so was muss man sich einfach mal wegtun. Manchmal in dem Moment, wo das stattfindet, dann siehst du das vielleicht als Special Attraction oder sonst irgendwas, aber im Nachhinein dann denkt man sich so, ah, das ist ein... Fuck, was habe ich da damals gesehen? Ja, ja, eben. Ja gut, das ist ja das gleiche, wenn man manchmal einfach so aus Spaß im Nachgespräch vom Podcast oder sowas, wenn man sich so alte Karatkarts anguckt, irgendwie von 2 zu 10 und dann auch so, ja, da war dann irgendwie die Young Bucks gegeneinander. Ja, zum Beispiel. Das haben glaube ich sehr, sehr wenig Leute gesehen, dass die Young Bucks gegeneinander gekämpft haben und du warst irgendwie da mit, keine Ahnung, 600 Leuten und hast gesagt, ja, war geil. Wenn überhaupt, ich glaube, damals waren es noch weniger. Nee, aber zum Beispiel auch, als ich hier da in den USA gewesen bin, dabei um WrestleMania 20, wo ich bei dem Ring of Honor Event gewesen bin und dann hast du in der Midcard habe ich zwei mir damals noch unbekannte Leute gegeneinander gesehen und das waren CM Punk und AJ Styles. Oh man, dreams. Ja, und ich kannte die halt damals überhaupt nicht. Ich meine, AJ Styles war mir so ganz entfernten Name und CM Punk, ja gut, das war dann halt so ein Typ, der Charisma hatte und eine geile Musik und der kam dann da rein. Die beiden haben dann mit Ricky Steamboat zusammen als Special Referee da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 25, 30 Minuten um den Ring of Honor Pure Title gefedert und so und damals habe ich gedacht, ja, geiles Match, aber ich wusste nicht, was aus denen werden könnte und im Endeffekt so, ja, eigentlich ist es auch ein Dream Match. Ja, das absolute Dream Match bleibt sowieso Shaggy gegen Doink, den Clown, glaube ich. Ja, das sowieso. Also da kann man ruhig doch auch mal so ein Ladder- oder Steelcatch-Match draus machen. Ja, Perücke on the Pole. Um die Intensität zu stellen. Oder Clowns Nase on a Stretcher. Genau, Clowns Nase on a Pole. Irgendwie sowas. Irgendwas neben uns zur Rampe tragen. Du rufst ja von Sina. Oh, das ist furchtbar. Hast du noch was zu Dream Matches, was du loswerden möchtest? Ich habe alle Dream Matches, die ich haben will, losgeworden. Also wie gesagt, einfach alles mit Sia and Punk. Ich bin dabei. Das läuft dann schon. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal hier an der Stelle zu den Fragen. Fragen wisst ihr, schickt ihr an Fragen at headlock.de. Ansonsten bei YouTube einfach unter das Video knallen. Gerne auch einfach bei Facebook auf die Pinnwand, wo auch immer. Schickt uns das gerne zu. Legen wir mal los. Der Oliver fragte per Fragen at headlock.de, ob wir nicht mal was über das Territorial System machen können. Haben wir so ein bisschen ja mal angedeutet. Finde ich eine coole Idee, aber es bedarf natürlich ein bisschen mehr Recherche, weil da waren wir alle noch flüssig, mehr oder weniger und ist auf jeden Fall bei uns auf der Liste, weil ich finde das auch mal ganz interessant, so was zu machen. Dann ein anderer Oliver schrieb uns, auch über, ich habe ernsthaft überlegt, ob es derselbe ist, aber ich habe es noch mal gecheckt, es sind andere. Er fragt auf jeden Fall, sind die WWE-Fans, die in bestimmten WWE-Momenten groß eingeblendet werden? Also etwa das wütende Mädchen bei The Miz oder kürzlich einfach die Frau, die entsetzt reingeschaut hat als Randy Orton Jeff Hardys Ohrlöcher da langgezogen hat. Sind die echt oder sind das Statisten von WWE, Kai? Das ist ja eine gute Frage, weil man fragt sich wirklich häufig, so sitzen da Stimmungsmacher in der Crowd oder sowas, aber ich glaube schon, dass die echt sind, also dass es keine Leute sind, also weil da werden sicherlich keine Ahnung, wie viele Kameras auf die Crowd gerichtet sein, um dann immer irgendwie einen richtigen Moment einzufangen oder sowas. Und gerade bei so einem Kind oder so, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, klar gibt es so Sachen wie zum Beispiel irgendwie diesen Black Undertaker Guy, wo dann die Street gebrochen wurde, sagst du, hm, ja, keine Ahnung, aber ich glaube, dass der Großteil davon doch wirklich echt ist. also jetzt einfach mal ganz, ganz gut gläubig hoffen zumindest. Ja, ich hoffe das auch, ich weiß es ehrlich natürlich auch nicht hundertprozentig genau, du hast auch gerade schon den Street Guy da beim Undertaker angesprochen, aber natürlich, Wrestling-Fans tendieren ja auch dazu, sich selber gern so ein bisschen zu inszenieren. Wie der Brock Lesnar-Guy zum Beispiel mit seinem Totenkopf-T-Shirt. Genau, der Bayern-Fan-Guy, der eine ganze Zeit lang da immer unterwegs gewesen ist. Dieser Jesus, der in der ersten Reihe sitzt und eigentlich nichts macht, aber da immer sitzt. Ja, oder bei ECW, den Head Guy und so gab es ja auch. Ich glaube auch, dass da gerade die Kameraleute bei WWE da auch extrem gut mit sind, einzuschätzen, wer da gut reagieren kann und da muss man auch mal überlegen, da sitzt ja nicht nur einer an der Kamera, sondern da hast du ja einen ganzen Ü-Wagen mit zig Kameras und da wird dann irgendwie schon jemand sagen, hier, da, die guckt ganz krass, zoomt da bitte mal drauf. Also ich glaube, da sind die durchaus schnell genug, um das anzuteilen. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Dart, weißt du? Weil ich frage mich auch immer, wie schnell können die da reagieren, wo dann der nächste Dart hinfliegen wird bei so Darts-WM und so, aber ich glaube, das ist viel Erfahrungswert, was man da hat. Einfach Könner. Ja, in der Beziehung auf jeden Fall. Gerade beim Dart einfach trinken dann vier Schnäpps und hoffen einfach, dass es klappt. Genau. Ja, aber das ist ja wirklich so, ich meine, da sind ja wirklich Memes draus entstanden und die dann wirklich im entscheidenden Moment so einzufangen, das ist dann schon, das ist dann auch schon eine große Kunst, ne? Ja, auf jeden Fall. Das schafft man auch nicht so. Weiter geht's. Der Volker fragt via Facebook, ich habe das Gefühl, dass bei dem ganzen und besonderen Wrestling des letzten Jahres Lucha Underground komplett untergegangen ist. Wie seht ihr das? Verfolgt jemand von euch die Show? Letztes Jahr war, glaube ich, die vierte Staffel, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und ich muss ehrlich sagen, ist es komplett an mir vorbeigegangen. Das Witzige war auch so, ich habe die Frage gelesen und war so, stimmt, er hat recht. Also ich habe auch super lange nicht mehr von Lucha Underground gehört. Ja, das heißt ja auch, ich habe nur jetzt mitbekommen, dass die Produktion einer neuen Staffel wohl arg in der Schwebe liegt, weil Geld und so. Und ich glaube, jetzt in Zeiten, wo dann auch noch andere Wrestling Shows eben sich immer mehr ausbreiten, glaube ich, wird es auch immer schwieriger, sowas an den Start zu bringen. Also ich glaube, das hat sehr viel bewegt und sehr viel, ja, beeinflusst, aber ich bin mir nicht sicher, ob das da weitergehen wird. Also ohne jetzt da großartige Recherche betrieben zu haben, ich glaube da irgendwie nicht mehr so recht dran, weil der Hype um Lucha Underground ist leider relativ schnell, ja, den Bach runtergegangen, muss man einfach so sagen. Dann fragt der Volker noch, kann eine Wrestling Promotion nicht gesellschaftlich beziehungsweise politisch sein? Also kann eine WXW sagen, wir buchen jemanden, der grenzwertige Ansichten hat oder kann eine WWE sagen, wir fahren nach Saudi-Arabien, obwohl dort zum Teil menschenverachtende Aktionen stattfinden? Ja, der Vergleich ist natürlich ein bisschen sehr krass. Ich weiß, was du meinst an der Stelle. Es ist letztlich eine Entscheidung des Unternehmens selber. Was macht man und wie schätzt man das ein? Also wie siehst du das, Kai? Ja, also im Endeffekt natürlich, egal wie kack wir das alle solche Sachen finden, es ist halt eine Entscheidung von, also es ist eine Entscheidung des Unternehmens. Das Problem ist einfach nur, was sie den Fans damit, ich sag mal, antut oder was für einen Schaden sie sich selbst oder den Fans damit zufügt. Gerade irgendwie, wenn du jetzt so bei einer WWE oder auch bei einer WXW bis, ist halt die Frage, wenn du irgendwie eine Promotion seit 10 Jahren verfolgst oder auch irgendwie seit ein paar Jahren verfolgst und immer super zufrieden damit warst und dann dir so vor den Kopf gestoßen wird, das ist natürlich irgendwie ein enormer Eintritt in das Vertrauen oder auch in diese, um jetzt mal ganz, ganz romantisch zu reden, in diese Liebe, die du auch in die Liga gesteckt hast und sagst du so, ja, ich war immer irgendwie zufrieden oder sowas und dann auf einmal wurde ich zum ersten Mal so richtig enttäuscht. Ja. Deswegen ist glaube ich eine Sache, die ist halt gar nicht messbar. Also klar, vielleicht sagen so, ja, da und da verdienen wir dann damit Geld, aber wenn du damit deine Fans vergrault oder auch Fans irgendwie so ein Vertrauen nimmst in dein eigenes Produkt, das ist glaube ich auf langfristige Sicht nicht sehr schlau. Ja, manchmal ist es natürlich auch ein bisschen schwierig abzuschätzen, ne? Also ich glaube jetzt, Volker spielt ja natürlich auf die Sache mit Nick Hain an. Ich glaube, dass WXW das im Vorfeld sehr, sehr unterschätzt hat, was da auf sie zukommt. Ich glaube mittlerweile ... Ein Backlash und ja. Ja, eben. Ich glaube, inzwischen sind da die Wogen so ein bisschen geglättet. Also wie gesagt, wir nehmen das natürlich jetzt hier vor Back to the Roots auf. Ich bin sehr gespannt, wie der da aufgenommen wird. Da wird es ja garantiert dann auch noch von uns die Live-Review natürlich auf dem YouTube-Kanal sehen können. Muss man abwarten, auch welchen Einfluss das dann auf die ganze Geschichte haben wird. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es aktuell wieder ein bisschen ruhiger. Da gab es ja dann doch schon sehr krasse Reaktionen. Bei WWE ja genauso. Also ich meine, wie angekotzt waren wir hier alle wegen Crown Jewel? Muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, ja. Das Problem ist einfach, dass natürlich dann das Hauptaugenmerk von schönen Sachen wegfällt. Also ich weiß noch, zum Beispiel du hattest einfach Strongs da gegen Ringkampf mit Axel Dieter Junior auf der Kart. Und es wurde dann von so einem Quatsch überschattet. Was natürlich auch vernünftig ist, dass irgendwie die Leute sich dagegen stellen, meiner Meinung nach, ganz subjektiv. Und sagen so, nee, sowas wollen wir eigentlich nicht und sowas wollen wir auch nicht unterstützen oder sowas. Und du machst ja damit auch irgendwie dein eigenes Event ja auch kaputt, dass dann keiner mehr über deine tollen Matches redet, die du teilweise auch gut aufbaust, sondern nur noch über diese kritische Entscheidung. Ja, das hat man ja auch im Vorfeld von Back to the Roots gesehen, wo, wie ich finde, eigentlich fast gar nicht mehr über die Käfig-Matches gesprochen worden ist, sondern einfach nur noch über Nick Hain. Und das ist, natürlich ist es eine ganz subjektive Wahrnehmung, weil es innerhalb einer wirklich Wrestling-Blase, die noch kleiner ist, als die Wrestling-Blase überhaupt, ist, ne, es ist ja wirklich nur diese WXW-Blase, aber es ist eben trotzdem, sind es genug Leute, die sich da mit dem Thema auseinandersetzen und ich glaube schon, dass das unterschätzt worden ist und wie du schon gesagt hast, es nimmt eben den Fokus auch weg von dem, worum es eigentlich gehen sollte und das ist eben ärgerlich. Aber jedes Unternehmen muss Entscheidungen treffen und da muss man dann auch irgendwie mit klarkommen und dann eben die Konsequenzen tragen und wie die Konsequenzen für WWE und auch für WXW zum Beispiel dann aussehen, das werden erst die nächsten Monate und Jahre zeigen. Also mal gucken, was das, was das dann wirklich langfristig bedeutet. Ähm, der René Merox fragt über YouTube, was braucht All Elite Wrestling, um WWE zu übertrumpeln? Ich hatte schon wieder fast All Elite Wrestling gesagt. Hab ich gemerkt. Ähm, was glaubst du braucht, ähm, braucht die AEW, um WWE zu übertrumpfen und glaubst du, das kann überhaupt passieren? Ich meine, die finanziellen Mittel sind da, theoretisch. Ja, aber, ähm, All Elite Wrestling wird die WWE nicht übertrumpfen. Also auch wenn ich so gelesen habe, was viele geschrieben haben, weil es auch irgendwie sauer, ob da die WWE sind oder mit dem Programm unzufrieden, so, ja, jetzt All Elite Wrestling soll der WWE jetzt endlich mal den Gnadenstoß geben. Also, das klingt so, als wäre die WWE kurz davor zu sterben, so, ja, die Quoten sind schlecht oder sowas. Trotzdem haben die letztes Jahr so viel Geld verdient wie noch nie. Und das wird auch, glaube ich, jetzt in dem kommenden Jahr wieder so sein, also jetzt in 2019, dass die wieder so, noch mehr Geld verdienen als 2018 und sowas. Also, es klingt immer so, oh ja, die Quoten sind schlecht so, die WWE jetzt noch, drei Monate gebe ich denen noch, dann ist aber vorbei. Ja. Also so, das steht halt nicht schlecht um die WWE. Nee. Und das wird auch sehr, sehr viel mehr brauchen als ein All Elite Wrestling, wo du sagst so, ach man, das ist aber geil oder sowas. So, ich gönne denen den größten Erfolg oder sowas. Ich hab Bock auf einen geilen TV-Deal. Ich hab Bock, dass da irgendwie hoch, also High Quality was produziert wird oder sowas. Aber, das wird die WWE nicht übertrumpfen, weil die WWE ist Popkultur. Ja. Und das ist All Elite Wrestling nicht. Das ist das, was wir gesagt haben. So, du hast auch einen Hulk Hogan, du hast Charaktere, die aus der WWE, WWF kommen, die sind größer als die Firma geworden. So, und, ähm, das schaffst du mit einer All Elite Wrestling Promotion, schaffst du sowas nicht. abgesehen davon, halte ich's auch, äh, weiß ich nicht, ich halte diese, diese ganze Diskussion gerade auch für ein bisschen schwierig. Natürlich, du hast gerade schon gesagt, natürlich geht's dann auch in die, in die Extreme rein. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es dem Markt was bringen würde, mal angenommen, WWE würde jetzt aus irgendwelchen dubiosen Gründen und mit ganz vielen schlechten Entscheidungen würde auf einmal Bangrott anmelden. Was machst du mit den ganzen Wrestlern? Was machst du mit den ganzen, äh, Angestellten und so weiter und so fort? Also, was, was ich, ich will gar nicht, dass die es übertrumpfen, sondern das Einzige, was ich haben will, ich möchte gerne eine Alternative zu, äh, zu WWE haben. Ich möchte, ähm, wieder eine Konkurrenzsituation haben, weil das einfach die Möglichkeit ist, wie du wieder ein richtig gutes Mainstream-Wrestling-Programm kriegen wirst. WWE war immer am besten, das hat David letztes Mal auch gesagt, wenn es Konkurrenz gegeben hat und so wird es ja auch der Fall sein und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch nicht, dass All Elite Wrestling, WWE in absehbarer Zukunft in irgendeiner Art und Weise, ähm, übertrumpfen wird, weil ich glaube auch, dass, äh, dass der, dass die, die, die Khans da nicht all ihr Geld rein investieren würden. Natürlich könnten die da sonst was machen, aber die werden nicht sagen, hier, komm, jetzt nehmt mal die 100 Millionen Dollar und macht das, sondern, dass auch All Elite Wrestling wird für die eher ein Nebengeschäft sein. Klar werden die da rein investieren, aber die werden da nicht All In gehen, muss man so zu sagen, und maximale Kohle da reinstecken. Also klar könnten die wahrscheinlich, wenn sie wollten, WWE in ein Angebot machen, äh, äh, dass man theoretisch WWE vielleicht verkaufen könnte, aber das würde, das ist doch gar nicht in deren Sinne. So, äh, das sind ja auch immer noch, halt, Geschäftsleute, ne? Ja. So, das ist im Endeffekt einfach nur ein Investment, was die in All Elite Wrestling tätigen. Genau das. Und wenn das halt gut läuft, ist das super, aber, ähm, man wird da nicht gleich, äh, wirklich die, die, äh, eisernen Reserven des Unternehmens plündern oder wird den Gewinn der letzten, äh, Jahre der, der jeweiligen Unternehmen da ausschütten, sondern man wird da in einem angemessenen Rahmen für ein Wrestling-Produkt entsprechend investieren, aber eben, äh, nicht mehr. Und mir geht's einfach nur darum, dass ich glaube, man will da versuchen, dass man eine Konkurrenzsituation entstehen lässt, dass man eine Alternative schafft. Und das sollte auch erstmal das lang-, länger- und mittelfristige Ziel sein. Die müssen ja erstmal gucken, dass sie das Ding überhaupt an den Markt kriegen und dass es angenommen wird und dass es auch bleibt. Das ist ja auch wiederum, wir sind jetzt alle so in diesem Hype drin, aber nichts ist schwieriger, als ein Produkt heiß zu halten. Auch All Elite Wrestling wird irgendwann diese, wenn jetzt mal, wir gehen jetzt mal von der wöchentlichen TV-Show aus, von Pay-Per-Views und so weiter und so fort, auch die werden irgendwann an kreative Grenzen stoßen und auch an bürokratische Grenzen und, äh, Wachstumsgrenzen stoßen. Und dieses Produkt dann wirklich so zu etablieren, dass es irgendwie längerfristig frisch und interessant bleibt, das ist das, was die erstmal auf die Beine stellen müssen. Weil ich glaube, eine Wrestling-Promotion an den Markt zu bringen, die mit ausreichend Geld, die ein unterhaltsames Produkt über ein Jahr oder zwei absolviert, das ist die eine Sache. Aber ein Produkt abzuliefern, was halt so ein Riesenapparat ist wie WWE, mit allem drum und dran, und was eine Geschichte von, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte mittlerweile hat, das ist was ganz anderes. Und deswegen, also, ich glaube da noch nicht dran, ich will Konkurrenz, ich will eine Alternative, mehr will ich gar nicht. So, weiter geht's. Der, äh, Harry fragte heute noch was zu, äh, Daniel Bryan. Und zwar fragte er, äh, Daniel Bryan's Heal-Turn ist ja eine absolute Bereicherung für SmackDown. Er macht seine Sache mehr als gut und es macht Spaß, ihn auszubuhnen. Aber ist es nicht bedenklich, dass er für seine Promos mit dem Thema Umweltschutz, Konsum, Irrsinn etc. so sehr als Heal funktioniert? Klar, die USA sind halt anderes Pflaster als Europa, jedoch frage ich mich, ob ich der Einzige bin, der Bryan nicht nur wegen seiner Leistung im Ring feiert, sondern gerade wegen der Message, die aktueller ist denn je. Eure Meinung? Ja, klar. Da darf ich anfangen? Ja. Weil ich, ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon im Podcast gemacht haben oder ob wir da privat drüber geredet haben. Ich meine, das ist ja so ein bisschen dieses Wrestling-Ding auch. Also, das Gleiche hast du ja bei einem Samoa Joe. Ein Samoa Joe wird ausgebucht, obwohl er sagt so, ey Jeff Hardy, so, ganz cool wäre, du gehst in eine Bar, trinkst zwei, drei Bier mit deinen Freunden, alles gut, hast einen guten Abend. Oder du machst es so wie du, gehst da hin, nimmst zwei Bier, 14 Schnaps, dann das, dann noch ein bisschen Drogen und hast einen Scheißabend. Und dann sagen alle so, ja, Jeff Hardy ist schon sehr gut. Und das ist ja das Gleiche und das ist ja auch immer die Sache so, wie wird's, wie wird's über, also, wie wird das vermittelt, ne? Daniel Bryan ist halt sehr dieser, dieser weltverbessernde Veganer, der dann am besten irgendwie noch so andere Leute anmacht oder so. Also, weswegen sind denn immer diese funny Memes oder so, wo jemand sagt so, oh man, wir hassen alle Veganer oder woran erkennst du, dass jemand Veganer ist? So, er sagt's dir. Und, dieser Austin Aries auf Instagram halt. genau. Und, genau das macht der an Daniel Bryan gerade. Na klar ist die Message wichtig oder sowas. und, also ich glaube, darüber sind sich auch viele bewusst, ne? Ja. Dass, dass Daniel Bryan ja auch keinen Quatsch sagt, sondern nur dieses so, och man, ihr seid kacke, ich bin der einzig Wahre, der gut ist, weil ich kümmere mich darum, ihr seid ja alles Verlierer oder so. Ich meine, das ist ja das Gleiche wie dieses, das Aller, Aller, Aller Älteste, wenn so ein Wrestlerin kommt und sagt so, boah, guck mal, wie gut ich aussehe, ihr seid alle fett und fress Pommes und so ein Kram, dann sagt er so, ja, du Wichser, lass meine Pommes in Ruhe. So, also das ist ja das Gleiche, so dieses einfach, der Ton macht halt hier die Musik und Daniel Bryan ist wirklich so dieser, dieser nervige Weltverbesserer und deswegen wird er so schön gehasst und ich bin auch übrigens sehr großer Fan davon. Unterschreibe ich alles, was du gesagt hast, also, ähm, klar, es ist natürlich auch irgendwie so ein Zeichen, wie aktuell die, die Gesellschaft da funktioniert, aber es ist ja auch nicht so, als ob er da jetzt einfach nur eine PowerPoint-Präsentation halten würde oder sonst irgendwas, sondern er reibt es denen ja auch wirklich unter die Nase, ne? Und ich fand allein, ich glaube, das war bei der letzten Smackdown-Ausgabe, wo der Backstage war? Ja, an dem Concession Stand und so wurde dann gemeint, äh, na hier, Concession bedeutet ja auch Zugeständnis, ne? Und, Das ist ja dann der Witz gewesen, Und dann, wenn dann sagst du, ja, äh, äh, hier, na, I'm at the Concession Stand, the only concession you're making is the concession to your body. So, also, das, das ist schon einfach auch richtig gut und man muss da Daniel Bryan natürlich auch echt loben dafür, dass er, der ist ja bereit auch einfach für seine Heal-Charaktere, für diese Persona, die er jetzt da entwickelt hat, auch ein massiven, vizit einfach in seinem Portemonnaie in Kauf zu nehmen, dass er sich so klar da positioniert und einfach so diesen, wirklich, ich find's auch super, muss ich dazu sagen, und er hat ja absolut recht, wenn man drüber nachdenkt, aber natürlich funktioniert das, wie du schon gesagt hast, früher waren's dann eben die, die gut durchtrainierten Leute, die gesagt haben, einen Rick Root, der sich da hingestellt hat und gesagt hat, Ja, an den hab ich auch gedacht, ne? So, ihr, ihr, ihr schwitzenden Schweine irgendwie, äh, ne? Haltet eure Frau fest, weil die will eigentlich lieber zu mir. So, und wahrscheinlich ist das die Wahrheit gewesen. Und ich find den Daniel Bryan auch super, der ist unheimlich kreativ in seinen Promos, ähm, mit unheimlichem Wortwitz und du merkst da einfach dabei, wie, wie viel Spaß er da, äh, gerade hat und find ich geil. Also, ich bin da komplett bei dir. Übrigens, ähm, was ich super geil finde, ich weiß nicht, ob ich irgendwie da der Einzige damit, der das bin, der das so sieht, aber ich find's super, super geil, wenn Wrestler kein Merchandise tragen. Ja. Also, ich find, also, das ist so super unique irgendwie, weißt du, ja, und dann ist da irgendwie ein AJ hat sein AJ-Shirt und Rollins hat sein Rollins-Shirt. Und irgendwie, also, das macht ja auch ein Ambrose momentan nicht. Und ich find sowas irgendwie ganz cool, weil du, also, damit stellst du dich irgendwie auf so ein, auf, auf, auf ein anderes Level, find ich. Weißt du, was ich richtig geil finden würde? Entschuldige, wenn ich da ins Wort falle. Wenn ab sofort von Daniel Bryan's T-Shirts wieder geben würde, aber die sind irgendwie nur Bio und Fairtrade und kosten 30 Dollar mehr als die anderen billig geklöppelten T-Shirts, die sie bei WWE-Shop haben. Ich hab nämlich auch überlegt, dass man einfach so den, dass du auch den Gürtel ändert, also dieses Leder davon. Und sowas. Sagst du, ja, nee, das geht so nicht und so ein Kram. Das wär halt super cool. Und so, so ein Charakter passt. Also, ich war da wirklich Fan von. Dann sagst du, ja, hier, das Ding will ich nicht oder sowas, sondern ich hätt lieber so, so ein, so ein Bio-Dinkel-Tofu-Gürtel oder sowas. Find ich geil. Also, wenn schon, wenn schon, ja, bin ich komplett bei dir. Der Turbinator fragt noch bei Instagram, Martis Girl ist doch ein heißer Kandidat für NXT, oder? Siehst du Martis Girl als heißen Kandidaten für NXT, Kai? Also, grundlegend, hätt ich sehr, sehr viel Bock darauf, den Villain, einen sehr gerne inszeniert zu sehen, was ja auch NXT wirklich kann, was Entrances angeht, wenn du mal irgendwie dir einen, äh, Bobby Roode anguckst, wenn du dir einen Finn Balor anguckst und, äh, Alistair Black ja auch. Alistair Black zum Beispiel, genau. Also, im Endeffekt, Nakamura, so, sind wir uns einig. Aber ich glaube, der ist gerade in den Indies sehr gut unterwegs, der hat jetzt irgendwie seine neue Gruppierung da auch mit, äh, P, P, wie heißt er nochmal? P, 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 genau. Und noch irgendwie einem, also, der, der hat jetzt ja irgendwie gerade so, sich so ein bisschen vom, vom Bullet Club oder von The Elite, ich sehe, getrennt. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie dann zwingend zu NXT muss. Also, geil fände ich es auf jeden Fall. Also, der hat, hat A noch Vertrag bei Ring of Honor, ich habe heute nochmal nachgeschaut, also bis, äh, bis, äh, nach April 2019 auf jeden Fall. Und da auch wieder die Frage, ne, geht er, geht er, geht er von da weg? Oder geht er dann vielleicht auch zu All Elite Wrestling, wo er dann natürlich dann auch die, äh, die Bande dazu ist? Ich, ich sehe Marty's Girl nicht so unbedingt bei, also, bei NXT muss ich sagen. Ich sehe den eher, wenn dann, auch diese, Blut ist dicker als Wasser Ding. Also, Ja, das auf jeden Fall. Ich sehe ihn dann eher da. Ich sehe ihn dann eher da. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, der weiß, wie er sich verkauft. Äh, aber ich glaube, er wird erst mal bei Ring of Honor da und bei New Japan ja auch da eine Rolle spielen. Ähm, dann haben wir noch ein paar schnelle Dinger hier vom, Jose Mourinho. Der hat uns wieder eine ganze Liste geschickt. Ich meine, da waren viele Sachen dabei, die wir schon hatten. Deswegen habe ich jetzt mal so vier rausgepickt, die wir jetzt so ganz, äh, schnell hier, äh, abhandeln werden. Er fragt, Stichwort Streak, also beispielsweise Goldberg, Undertaker und Asuka. Ist sowas heutzutage noch möglich? Meine klare Antwort, ja klar, wieso denn nicht? Der ist also gerade doch Asuka, was jetzt eigentlich nur mal weniger als ein Jahr alt ist, beantwortet ja die Frage, ne? Es sind ja auch drei ganz unterschiedliche Streaks, wenn es mal so siehst, ne? Also, Undertaker ist ja diese WrestleMania-Streak. Ich glaube, das war am Anfang nicht so geplant. Das hat sich ja einfach so entwickelt, so. Goldberg war ja wirklich diese Art und Weise, wo man jemanden dadurch massiv pushen wollte. Und bei Asuka hat das ja auch so ein bisschen gedauert erst mal. Also, ähm, ich glaube aber, das wäre mit dem entsprechenden Charakter und so weiter und so fort. Warum denn nicht? Also, es ist Wrestling. Da gibt es verschiedene Arten, jemanden overzubringen. Das kann auch mal eine Streak sein. Ähm, CM Punk, jemals wieder bei WWE? Und wie findet ihr ihn? Ich glaube, wie findet ihr ihn? Können wir bei dir uns schenken? Aber glaubst du, wie findet ihr ihn jemals wieder bei WWE? Ich glaube nicht. Also, ich schätze, da so ein CM Punk ein, also in Richtung wie so ein Stone Cold, einfach sehr dickköpfig, sehr, sehr viel Stolz und so ein Kram. Also, wenn dann eher bei All League Wrestling, dass er nochmal sagt, hier ist nochmal der ganz, ganz große Mittelfinger WWE. seh ich auch so. Also, ich glaube auch nicht, dass wir ihn bei WWE nochmal sehen. Klar wird man bei WWE wahrscheinlich jetzt nochmal versuchen, ihn zu verpflichten. In diesem Jahr, da gehe ich ganz fest von aus. Die finanziellen Mittel sind da. Aber, ich glaube, der wird sich, der ist ja auch jemand, der jetzt nicht unbedingt so auf, auf die Millionen angewiesen ist, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, dass er da jemand ist, der lieber sagt, nee, schenke ich mir, ich mache das, worauf ich Bock habe. und wenn er mal wieder Bock auf Wrestling haben sollte, in irgendeiner Art und Weise, ich glaube, dann wird er eher bei All Elite Wrestling anheuern. Gut, der ist ja auch schon alt jetzt, ne? Eben, wie alt ist der eigentlich? Ist der eigentlich auch schon 43, 44? Ja, ich glaube 41, 42. Ja, oder so. Irgendwie sowas. da ist auch irgendwann, ich meine, der hätte noch ein bisschen was Intus, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird bei ihm und WWE. Glaube ich nicht. Nee. Und warum kann WWE keine guten Storylines mehr schreiben, Kai? Ich finde, das ist zu pauschal gesagt. Also, das ist ja immer so dieses, wie wir schon gesagt haben, ganz viel Frustrierung und sowas. Aber du musst einfach, anstatt auf die Sachen zu gucken, die schlecht sind, guck doch einfach auf die Sachen, die momentan gut sind. Zum Beispiel, der Aufbau eines Rollins gefällt mir momentan. Klar, natürlich, also, er kämpft jetzt halt gegen Bobby Lashley oder sowas, aber wenn du dich darüber aufregst, dann kannst du dich auch bei Raws von vor 10 Jahren oder von vor 20 Jahren aufregen. Dann hattest du auch Kackmatches. Du musst halt irgendwie das große Ganze sehen. Deswegen Rollins gefällt mir, eine Becky Lynch gefällt mir, was da den Aufbau angeht. Daniel Bryan macht uns sehr viel Spaß. Also, von daher, finde ich, kannst du nicht sagen, warum kann WWE keine guten Storylines mehr schreiben. Zumindest ich das so. Also, klar, du hast ganz viel Müll auch natürlich und du sagst, ach Mann, das ist aber komplett in die Tonne gegriffen und hier und da und Bobby Lashley zeigt seinen Hintern, ist ja super cool oder sowas. Aber ich würde mich da eher auf die guten Sachen konzentrieren und da hast du momentan trotzdem schon Sachen, wo du, also, mit denen du Spaß hast. Gerade bei SmackDown. Ja, aber ich kann, ich kann das schon, natürlich ist es halt eine sehr pauschale Aussage, ganz klar, aber ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, weil, also, wenn du jetzt mal so das letzte Jahr siehst, da war eben dann auch gerade was die Geschichte. Ja, da war sehr, sehr viel Grütze dabei, also klar. Und ich halte das ehrlich gesagt, also, weil er ja nach dem Grund fragt, ich glaube, das ist ein Wohlstandsproblem, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die WWE-Maschinerie ein bisschen zu groß ist und, dass man da nicht die Notwendigkeit gesehen hat, irgendwelche Risiken einzugehen und dann hat man eben, wie gesagt, 50-50 Booking, kommt da noch mit rein und dann spielst du eben auf Nummer sicher und denkst so, ja, der Laden läuft doch, wir machen doch Gewinn, warum sollen wir was ändern? Und wir haben hier unsere Boost immer wieder, das läuft doch. Langfristig ist das natürlich was, was ja ganz offensichtlich die Zielgruppe vergrault und entsprechend muss man da was ändern. Ich glaube nicht, dass WWE das komplett verlernt hat, wieso auch, aber ich glaube, dass man sich da einfach ein bisschen zu sicher gefühlt hat, sich ein bisschen zu wohl gefühlt hat, weil jeder weiß, wenn eine Routine in ein Unternehmen reinkommt und ich glaube, das ist auch hier der Fall, dann wirst du irgendwann auch ein bisschen betriebsblind und ich glaube, das ist auch was, was gerade die Oberen ganz gut mal werden. Deswegen glaube ich, ist da auch hin und wieder mal ein Wechsel, auch sowohl in der Gesamtkonzeption als auch in der Führungsetage auch mal sinnvoll und das entwickelt sich ja langsam, muss man sozusagen. Dann noch die letzte Frage hier, die aktuellen Veränderungen bei WWE, also keine Rematch-Klauseln mehr, keine GMs mehr. Wie seht ihr das? Das haben wir schon beim letzten Mal so leicht angerissen. Da haben wir eigentlich beide, glaube ich, gesagt, das ist so ein bisschen fadenscheinig noch, oder? Ja, also gerade ist es keine Rückmatch-Klausel. Ich glaube, das wird gerade einfach nur so genommen, damit man sagt, wir können noch mal die Weichen komplett anders stellen. So, weil jetzt, du hattest ja häufig, ja, der ist gerade irgendwie IC-Champ, wir wollen ihn aber eigentlich woanders einsetzen. Ja, dann verliert er jetzt, kriegt er nächste Woche sein Rematch, verliert noch mal, okay, bumms, raus. Dann kannst du auch im Endeffekt sagen, ja, dann machen wir halt keine automatischen Rückmatches mehr. Aber das wird sich auch, glaube ich, irgendwie in drei Monaten wieder geändert haben, wenn wir mal ehrlich sind. Spätestens nach Mania, hast du ja, glaube ich, auch gesagt. Dann müssen wir das Loch füllen, und dann sagst du, ja, du hast ja verloren, hier hast du dann eine neue Chance. Keine GMs. Ich sage mal, bei Raw finde ich es gut, weil er sehr überpräsent war, aber gerade bei SmackDown wurde eine Page, finde ich, sehr, sehr gut eingesetzt. Deswegen finde ich es irgendwie schade. also, ich würde halt einen GM haben, der da ist, der seine Matches macht, der aber auch nicht immer da sein muss. Also zum Beispiel so, William Regal ist ja perfekt als GM bei NXT. Ja. So, du weißt, der macht seine Matches, wenn irgendwas aber schrittig ist, kommt da raus und sagt, Leute, so nicht. Wir klären das jetzt mal. Und das ist der perfekte GM für mich. Also du musst nicht irgendwie rauskommen und 20 Minuten eine Promo halten. Von daher, wer weiß, vielleicht machen es die McMahns ja auch ganz gut, solange ich jetzt nicht jede Woche eine McMahon-Promo am Anfang von Raw habe, sondern nur hier und da mal Backstage so ein bisschen, wo die sagen, so ja, der und der kann mal gegeneinander kämpfen. Momentan finde ich es eigentlich noch ganz cool, so wie da die Matches gemacht werden. Ja, also ich kann damit noch leben, aber ich finde, man muss weg von diesen Autoritätspersonen. Ich glaube, das ist alles noch so ein bisschen an den Monday Night War zu sehr irgendwie verknüpft und so ein bisschen nicht verniedlicht, aber ein bisschen verherrlicht. Da muss ja auch immer jemanden, der doch sagt, was für Matches jetzt kommen, oder? Ja, aber der sollte halt eben, wie du schon gesagt hast, nicht ganz so dominant mehr sein und dann nicht mehr so ganz im Spotlight stehen. Das ist zum Beispiel jetzt auch was, was mich jetzt bei bei SmackDown schon wieder so ein bisschen stört, dass das da zu sehr ja, findest du? Ich finde, dass ein Shane McMahon, also ist ja nicht mehr GM oder so, aber ich finde halt schon, dass die McMahns da jetzt plötzlich wieder so in der, in der, in der, in der zentralen Rolle sind, das finde ich schon ein bisschen stört. Aber also ein Shane, finde ich, der ist jetzt ja nicht da irgendwie als Authority-Person. Nee, das stimmt. Der ist ja eher so dieses Haha, The Miz super witzig, was ich übrigens echt unterhaltsam finde. Und wenn er jetzt irgendwie Backstage oder sowas mit Vince McMahon mal ist und dann kurz mit Ateinander gerät, das finde ich halt super in Ordnung, weißt du, so meine ich das. Es könnte auch sein, dass irgendwie Vince McMahon im Ring steht 10 Minuten labert und sagt so, und jetzt kämpft als Nächster der gegen der. Sondern da habe ich wirklich lieber, die sitzen irgendwie Backstage, beraten sich so ein bisschen, stehen irgendwie wieder vor so einem Fernseher im komischen Winkel und sagen, ja, der kann nochmal gegen den kämpfen. Alles klar, bumms, nächstes Match. Also, weil so finde ich es gut. Ja. Ja, das kann man, das kann man so machen. Ich habe da noch kein Patentrezept, ehrlich gesagt. Ja, das ist halt das Schwierige, ne? Ja, eben. Also, du musst da irgendwie den Mittelweg finden zwischen, zwischen dieser, dieser Omnipräsenz von Autoritätspersonen und irgendwie gar keiner Autoritätspersonen. Irgendwie brauchst du einen roten Faden. Aber, äh, ja, wie, wie baut man, wie baut man das vernünftig ein? Das ist nicht einfach. Generell die Veränderungen, wir haben es gerade gesagt, bin ich jetzt auch nicht 100 Prozent überzeugt von und bin da erstmal gespannt, ob man das, äh, auch langfristig, äh, so durchhalten wird. Ähm, ich habe eine Frage noch, die mir gerade so eingefallen ist. Ähm, Kai, hast du mitbekommen, dass WWE jetzt Trevor Lee noch verpflichtet hat? Äh, sagt dir der was? Und, äh, wie ist deine Meinung dazu? Ich habe dann Nachrichten in unserer Gruppe gelesen und hab mich gefragt, wer ist Trevor Lee? Wer, aber wer ist denn Trevor Lee? Also, vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, der es nicht weiß. Äh, sehr ehemaliger, äh, also Independent Wrestler, ähm, relativ klein zwar, aber dafür sehr kräftig. Ähm, und jemand, der, äh, der bei Impact, glaube ich, ähm, Ex-Division Champion gewesen ist und auch in verschiedenen anderen liegende, äh, solide bis gute Rolle gespielt hat, sagen wir mal so. Ich weiß halt überhaupt nicht, was WWE mit dem möchte, sage ich dir ganz ehrlich, aber ich bin mal gespannt, wie sich das, äh, entwickelt. Ich habe den beim, beim Karat, äh, gesehen, vor, äh, ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Das ist, das ist ein guter Wrestler, aber ich weiß nicht genau, wo man ihn da wirklich bei WWE einsetzen wird. Also, er war PWG Tag Team Champion mit Andrew Everett. Und, wie gesagt, da war bei, äh, bei Impact Ex-Division Champion und World Tag Team Champion. Aber ich sehe ihn da nicht als so große Ergänzung. Vielleicht als, äh, als Teil von, von 205 Live, weil er doch jetzt kein, kein Riesenbrocken ist mit irgendwie knapp 1,82 und ist nicht ganz bei, äh, bei 205 Fund, ne? Aber in dem Rahmen. Ich bin mal gespannt. Ist übrigens von Jeff Hardy mittrainiert worden, unter anderem. War es Jeff Hardy? Hat jemand Jeff Hardy gesagt? Von Jeff Hardy und von Matt Hardy, ja. Aber das ist wirklich das Problem, also das, ähm, ich glaube, jetzt werden in NXT auch nochmal einige Leute untergehen. Gerade durch nochmal so neue Top-Signings, also auch, ähm, ich glaube halt auch, dass sich dann zum Beispiel jetzt ein Alex Axel-Dieter-Junior sehr schwer tun wird, weil einfach danach nochmal irgendwie ein Keith Lee und dann nochmal ein Matt Riddle und sowas gekommen sind. Die natürlich dann direkt in die Shows gezogen werden, so. Ich sag mal, äh, ein Marcel Bartlett, also Axel-Dieter-Junior, der hat jetzt irgendwie mit dem Eichner so ein bisschen seine Rolle gefunden. Ja. Die hatten ja auch ein ganz ansehnliches Match jetzt diese Woche bei, oder letzte Woche bei NXT. Aber es ist dann irgendwie schon schwierig, weil du holst, du holst generell so Leute auch so, auch wie so ein Trevor Lee, sag ich jetzt mal, dich auch irgendwie so in die Richtung von einem Axel-Dieter-Junior-Zähle, so vom Bekanntheitsgrad einfach natürlich, also im Bekanntheitsgrad der amerikanischen Szene und dann holst du nochmal so einen großen Namen und noch einen großen Namen und dadurch rücken halt die anderen immer weiter nach hinten und das ist irgendwie so, da schade so ein bisschen den Aufbau. Dann hast du ja eh schon deine Topstars. Also irgendwie, weißt du, staut sich gerade Talent bei NXT, bis es dann wieder, bis es wieder einen Call-Up gibt, der verheizt wird und dann wieder sich das, dass, äh, Talent im Endruster staut. Ja, genau so wird es halt eben so auch sein. Ich meine, klar, man wird irgendwo da ein paar, äh, Talents noch irgendwie zu, äh, NXT UK wieder schieben können und von da wieder hochziehen können. Das ist echt nicht einfach, wie man das da, äh, in Zukunft anstellt. Ich kann, weiß auch noch nicht genau, wie WWE da plant, aber, ähm, ich sehe das auch so, dass man eigentlich fast schon zu viel verpflichtet, um die wirklich alle unterzubringen. Also, und das Problem ist ja dann eben auch, du musst ja auch irgendwie den bestehenden, gerade den Independent Wrestler, musst du auch noch eine Persönlichkeit geben. Ich finde Keith Lee zwar super cool, aber der hat für mich keine Persönlichkeit bis jetzt bei NXT bekommen, in keinster Art und Weise. Der ist halt, der kommt halt rein, der hat seine, seine natürliche Ausstrahlung, aber noch keine Persona, wo ich jetzt sage, yes, den, den will ich unbedingt sehen, abseits davon, dass er halt eben Keith Lee ist. Wenn das den macht. Ja, also, ja, ja, ich überlege gerade, ich verstehe es schon. Aber, also, das gleiche Problem hast du ja auch irgendwo bei einem Matt Riddle. Also, weil er jetzt so tiefer geht, als dieses Bro ist es ja, auch nicht. Ja, und genau daran muss man eben arbeiten, wenn du da, wenn du die Leute hinterher auch an ein Mainstream-Publikum verkaufen willst. Die wollen nicht nur die geilen Sportler haben, sondern die wollen eben auch die Persönlichkeit darunter sehen. Und ich glaube, klar sind wir in so einer Reality-Phase gerade, aber ich glaube, so ein bisschen musst du die trotzdem noch würzen, damit das wirklich auf die nächste Stufe gehen kann. Ja, kann ich, ja, doch, ja. Unterschreibe ich. Ja, doch, sehr gut. Ja, Kai. Weil sonst kriegst du auch keine Dream-Matches, wenn die keinen Charakter haben. Das stimmt, genau. Sonst wäre es nicht larger than life und so. Auch wenn dann Keith Lee eigentlich schon larger than life ist, wenn man ehrlich ist. Hast du noch Fragen? Nee. Gut, dann sind wir... Doch, welches Dream-Match sehen wir bei WrestleMania? Oh. Äh, nicht so einfach. Ich fände ja nach wie vor, ich hab's ja letztes Mal schon gesagt, Shawn Michaels gegen Daniel Bryan finde ich cool. Ja, auch Shawn Michaels gegen AJ. Ja, ich glaube aber, dass AJ irgendwie anders beschäftigt sein wird. Ich weiß nur noch nicht genau, wie, aber ich glaube, dass der andersweitig beschäftigt sein wird. Aber, weiß nicht. Was siehst du denn da? Ich hab nämlich... Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Zählt Rollins gegen Lesnar als Dream-Match? Hatten wir schon mal Rollins gegen Lesnar alleine? Ich glaube nicht. Oder? Doch, nein. Doch, hatten wir. Doch, stimmt. Das war doch da, wo er die Autotür ins Publikum geworfen hat. Das kann sein. Und den Menschen getroffen. Ja, stimmt. Ja, trotzdem ist es irgendwie... Es ist halt... Den Rollins hat sich jetzt auch nochmal verändert, ne? Also, ich sag mal, dieser... Face Burn It Down Workhorse Rollins nochmal anders als der... Oh, ich bin kackig und trau mich nix, Rollins, oder? Äh, ja. Das stimmt. Von daher kannst du es schon irgendwie als Dream-Match verkaufen. Aber im Endeffekt, also, irgendeine Legend werden wir doch auf jeden Fall sehen. Ja, mal gucken, wen sie da noch... wen sie da noch rauspacken werden. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir in irgendeiner Art und Weise noch was zu sehen kriegen. Ich könnte mir sogar im schlimmsten Fall echt nochmal einen Undertaker vorstellen. Also, im schlimmsten Fallweise im Sinne von Match-Qualität und so. Ja, Undertaker gegen Baylor. Ja, der arme Finn. So, da muss er aber arbeiten, du. Ja, aber das kann er. Das ist ein Malocher, der Finn. Ja, genau. Ist ein Malocher. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Unglaublich, nächste Woche startet schon, ist ja schon der Royal Rumble. Und das starten wir schon mit der Preview-Berichterstattung und so weiter und so fort. Wenn euch das hier gefallen hat, unser Gequatsche hier, dann schaut gerne bei Patreon und Steady vorbei. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön, Kai, und wir hören uns nächste Woche mit der Royal Rumble Preview und der NXT Preview wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.